So, moin. Kein Ton. Jetzt müsstest du welchen haben, oder? So, wie geht's euch allen? Alles gut. So, ja, womit fange ich heute an? Ja, ne, ich höre auch nichts. Das ist mal wieder wunderbar. Gut. Moment. Ach ja, ich liebe es. Jetzt höre ich was. Okay, dann ist gut. Okay, ja. Ja, was, was, was heute als erstes? Was habe ich denn alles? Ich fange normalerweise immer mit den Ankündigungen an, aber eigentlich, ganz ehrlich, so diesen Monat gibt es gar nicht mal so viel. Viele werden festgestellt haben, dass die Coachings, so wie früher, nicht mehr angeboten werden. Das hat schlicht und ergreifend den Grund, wir vergrößern uns ein bisschen. Wir denken das Ganze jetzt ein bisschen größer. Wir arbeiten mit den Leuten jetzt ein bisschen näher zusammen, damit wir ihre Ziele auch wirklich erreichen können. Und nicht immer, ich sage es immer als Joker-Karte hingehalten werden, weil das war ich so teilweise die letzten drei Jahre. Immer wenn es den Leuten gut ging, haben sie ihr Ding gemacht und haben sich nicht von mir drauf schauen lassen. Und wenn sie sich dann in die Scheiße geritten hatten, ja, dann wird wieder eine Stunde gebucht. Und dann durfte man alles auflesen, was in dieser Stunde, beziehungsweise in der Zeit davor angefallen ist. Und das ist einfach nicht mehr Sinn der Sache, also in meinen Augen zumindest. In meinen Augen ist Sinn der Sache, wenn jemand mit mir zusammenarbeitet, dass wir ein bestimmtes Ziel erreichen. Und dass ich auch ganz genau weiß, immer Zugriff auf die Person zu haben. Näher, ganz nah. Ja, was noch? Der Discord-Server ist, glaube ich, das nächste auf der Liste. Es gab ein paar unschöne Entwicklungen teilweise. Und da ist jetzt auch klar, es müssen bestimmte Dinge einfach jetzt so gemacht werden, wie sie zurzeit gemacht werden. Logischerweise wurde alles im Hintergrund besprochen. Ihr braucht euch da überhaupt keine Sorgen zu machen. Der bleibt euch erhalten, so wie er ist. Nur müssen wir ein bisschen mehr drauf achten, was da passiert, was auch im Hintergrund passiert mit gewissen Leuten, die auf den Server kommen. Ja, also nicht wundern, wenn da in nächster Zeit so ein bisschen aufgeräumt wird oder ein bisschen neu sortiert wird, bis das Ganze ein bisschen gestraffter ist, damit man euch auch wirklich helfen kann. Das ist, glaube ich, alles ansonsten. Ja, eine Frage habe ich noch dazu bekommen. Und zwar, hi Flo, ich hatte eine brennende Frage für den Livestream. Ab wann ist es wieder sinnvoll, nach einer schweren Trennung was Neues anzufangen? Woran merke ich, dass ich wieder so weit bin? Woran merke ich das? Es gibt halt so zwei unterschiedliche Richtungen, in die man sich da entwickeln kann. Die eine ist diese Angst. Level-System incoming, so sieht es aus beim Discord. Das eine ist diese Angst, wieder verletzt werden zu können. Das Problem wird man immer haben, wenn man noch nicht in der Situation war. Und dann gibt es das andere Extrem. Das sind die Leute, die, man muss es wirklich so sagen, wie es ist, so dumm sind, sich nicht auf sich selber zu konzentrieren, sondern direkt ins Dating zu gehen und zu denken, da was reißen zu können. Das ist pure Dummheit, mehr ist das nicht. Das heißt, irgendwo muss man so seine goldene Mitte finden. Natürlich erstmal so ein bisschen an sich arbeiten, ein bisschen weiterkommen, Persönlichkeitsentwicklung und, 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 und. Und nach einer gewissen Zeit, ich würde sagen, zwei, drei, vier Monate, kann man sich mal wieder so in eine Position begeben, wo man jemanden kennenlernen könnte, aber nicht mit der Intention, jetzt unbedingt jemanden kennenlernen zu wollen, weil das ist der Mangel. Also nicht auf Dating-Apps, nicht irgendwo hin, wo man zu 100% irgendetwas findet, weil man wird es selber nicht gut einschätzen können, sondern in so einer Situation, wo man Menschen kennenlernen kann, ganz nebenher, durch gleiche Interessen, durch Zufälle, keine Ahnung, da geht man raus und, ja, man hält halt die Augen offen, aber man guckt sich nicht unbedingt um. Und wenn man das so macht, dann ist es für gewöhnlich der Fall, dass man gleichzeitig, während man selber weiterkommt, dazu noch diese Leute kennenlernt und irgendwann macht es wahrscheinlich einfach so Klick. Da muss man gar nicht großartig danach suchen. Also die Frage, wann ist man bereit, die muss man sich eigentlich gar nicht stellen, weil du wirst nie an dem Punkt sein, an dem du sagst, ja, jetzt bin ich zu 100% bereit oder nein, jetzt bin ich nicht bereit. Das ist immer so ein bisschen der Zweifel, weil du nicht weißt, wo du genau stehst, weil du nicht weißt, was deine Gefühle mit dir machen in so einer Lage. Und dementsprechend würde ich erstmal nicht danach suchen, aber sich in die Position zu bringen ab einem gewissen Punkt ist nicht verkehrt. Nur jede Person, die nach einer Trennung, nach zwei Monaten schon anfängt zu daten und es sei es nur, um sich abzulenken, die hat sie nicht mehr alle. Punkt. Das ist Dummheit. Und Frauen ansprechen ist ein Skill, den man haben muss. Das ist aber nichts, wodurch man unbedingt jemanden kennenlernen muss. Beziehungsweise, wenn man rausgeht, um diesen Skill zu erweitern, okay. Aber, ja, halte ich ehrlich gesagt nicht besonders viel von. Nicht unter den Umständen, aus denen Leute zu mir kommen. Das ist viel zu früh angesetzt. Außerdem, wie gesagt, man weiß nie, was die eigenen Gefühle mit einem machen, wenn man mal wieder in so eine Lage kommen sollte. Das heißt, wenn euch nicht bewusst ist, wie es euch jetzt gerade realitätsnah geht in so einer Situation, dann braucht man auch nicht drüber zu reden, wann ist man bereit, wann ist man nicht bereit. Das kommt mit der Zeit von ganz allein für gewöhnlich. Gerade wenn man den Fokus ja so auf sich verschiebt, vergeht die Zeit auch viel schneller, weil man immer mehr Ziele selbst erreicht, weil man immer mehr Kontrolle über sich selber hat. Da macht man sich normalerweise gar keine Gedanken drum. In dem Moment, wo man sich das fragt, muss man wahrscheinlich erstmal dran festhalten, dass man noch nicht so weit ist. Ich bin jetzt Mitte 30, war in meinem Leben für Frauen und Kinder da, jetzt getrennt. Und das erste Mal im Leben Zeit und Freiheit ohne Ende. Irgendwie erschlägt mich diese ganze Freiheit und Zeit. Ja, klar. Das ging jetzt von 100 auf 0, beziehungsweise von 0 auf 100. Das ist vollkommen normal. Aber du musst halt irgendwas mit dieser Zeit anzufangen wissen. Das ist so das Wichtige. Ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich mir meinen Kalender wirklich komplett vollgeklatscht habe mit allem möglichen Zeug. Ich habe mir, glaube ich, sogar Pausen damals eingeplant. Das ist dann wieder das andere Extrem. Aber man kann es mal machen, um zu schauen, wie weit man das Ganze treiben kann. Und dann kann man gucken, okay, was tut einem gut und was schmeißt man lieber aus seinem Kalender raus. Und irgendwann macht man sich da gar keine so großen Gedanken mehr drum. Sport mache ich schon am Ende, arbeite ehrenamtlich im Tierheim, mach so viel es geht. Aber irgendwie ist da eine Lehre. Ja, du machst Sport und du arbeitest ehrenamtlich im Tierheim. Wo ist jetzt deine Persönlichkeitsentwicklung? Das ist alles gut, das ist alles nett, das bringt dich alles irgendwo menschlich weiter. Aber das sorgt nicht dafür, dass du dich selber kennenlernst. Also das sorgt nicht dafür, dass du selber weiterkommst oder dir einen Frame aufbaust. Da musst du dir immer anschauen, wo sind jetzt wirklich deine Defizite. Also in den anderen Säulen. Also wenn du das Modell der Säulen kennst, Säulen des Lebens von mir, einfach mal eingeben. Dann wirst du sehen, dass die vier Säulen Job, finanzielle Sicherheit, Hobby, sozialer Kreis und Gesundheit, Sport. Dass das quasi einzelne Säulen sind, die du immer permanent zu dieser Zeit angehen kannst. Die Säule Innerstes, die letzte Säule, die ist immer aktiv, während du in diesen anderen Säulen auch irgendwas machst gerade. Das heißt, du kannst in anderen Säulen rausfinden, hey, so und so sieht es gerade aus, da komme ich nicht weiter. Kannst das nehmen, in die Säule Innerstes stecken und sagen, okay, daran muss ich als nächstes arbeiten. Es ist auch eine Priorisierungssache. Also wenn du dich nur ablenkst durch viel Arbeit, viele Termine, viel Sport oder sonst irgendwas. Das kann eine Zeit lang helfen. Sag gar nicht, dass es nicht so ist und das sollte man auch machen. Aber das ist noch keine Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es noch nicht voran. Das heißt, wenn man das ein halbes Jahr, Jahr macht, dann ist man nicht wirklich vorangekommen insgesamt. Dann fühlt man sich vielleicht insgesamt besser, weil die Zeit dafür gesorgt hat, dass man sich an seinen Zustand gewöhnt. Aber der Zustand ist immer noch scheiße. Ex hält nicht Wort, nachdem alles geklärt wurde. Dann drauf. Dann Grenze erhöhen. Also es ist relativ einfach, wenn man von außen drauf schaut. Es ist natürlich schwieriger in der Situation selbst. Aber du weißt, wo deine letzte Grenze gesetzt wurde. Und dann ist drauf geschissen, ob die Ex Wort hält oder nicht. Ich meine, du bestimmst, wen du in dein Leben lässt und wen nicht. Das heißt, in dem Fall wird halt irgendwann der Punkt kommen, an dem du ihr sagen musst, dass sie sich dann nochmal verpissen soll. Mag jetzt zu hoch gegriffen sein noch. Also einfach erstmal gucken, dass du das da auf die nächste höhere Stufe bringst. Und dann gucken, ob sie sich dran hält oder nicht. Wenn sie sich wieder nicht dran hält, dann wirst du halt noch deutlicher. Aber ja, den Scheiß kann man sich halt nicht bieten lassen. Man hat, also die eigenen Kapazitäten sind mehr wert als alles, was die Ex einem bieten kann. Das heißt, vollkommen egal mit was die kommt. Und wenn du da, wenn du dich selber in dem Moment priorisieren musst oder solltest für dich selber, dann braucht dir diese Frau nicht mehr unter die Augen zu kommen. Jedenfalls nicht so, wie sie da anscheinend gerade drauf ist. Schon krass, wie oft Menschen Probleme mit ihrer Freiheit haben. Ja. Das stimmt. Danke für deine Beiträge. War sechs Jahre mit meiner Ex zusammen. Es war unsere erste Beziehung. Bin nun seit vier Monaten No Contact. Durch dich konnte ich den richtigen Weg finden. Sehr, sehr gerne. Perfekt. Ersatzgrenzen. Stell dir die Sachen vor die Tür. Yes. Hallo, ich war in On-Off. Die jetzige Trennung ging zu 70% von ihr aus. Digga, die jetzige Trennung ging zu 100% von ihr aus, wenn sie sich getrennt hat. Dieses Ding. Wir haben uns, wir haben uns, wir zusammen dazu entschieden, uns zu trennen. Das existiert nicht. Das ist, ja. Die jetzige Trennung ging zu 70% von ihr aus. Sie hat mir gesagt, ich könne verrecken. Und das sind nur 70%. Das sind 110%. Ihre letzten Worte. Warte, ich wollte nochmal einen Arschloch sehen. Kein Respekt, Hass. Fehlende emotionale Kontrolle. Und natürlich fehlender Respekt. Also sowas braucht man sich nicht zu geben. Ohne Scheiß, sobald dich jemand ernsthaft in einer Beziehung als Arschloch betitelt. Wie gesagt, wie gerade eben hier mit Grenze setzen, kann sie sich verpissen. Braucht kein Mensch. Also, ja. Und was das letztendlich ist, ist auch egal. Weil, erstmal On-Off, das sorgt ja, also ich erkläre es auch immer wieder, damit es auch die Neuen verstehen. On-Off, da ist halt das Problem, dass diese Grenze diesen Triggern gegenüber immer weiter sinkt. Das heißt, am Anfang hast du dir sehr viel leisten können, dann kommt On-Off, also Off-On in dem Fall, dann ist die Grenze geringer, dass diese Trigger wieder hochkommen. Das heißt, diese Probleme, die zeigen sich auf einmal früher und die zeigen sich auch stärker, weil man es inzwischen schon gewohnt war. Das heißt, es ist sehr, sehr einfach, sich da in was reinzusteigern. Und wenn das passiert, hast du natürlich keine Chance mehr auf Leichtigkeit in der Beziehung und ohne Leichtigkeit gibt es eigentlich keine Beziehung. Ist das eine rhetorische Frage, ja? Das frage ich mich manchmal auch. Dir ist innerlich schon vollkommen klar, dass es fehlender Respekt ist. Und ja. Bin 49, sie 40, erst Trennung mit Hausverkauf, aber sie möchte keine Scheidung, aber jetzt zwei Wohnungen und sieht die Zukunft. Aber erst mal Zeit für sich. Für mich Kopfkino, ja? Das ist eine ganz klare Sache. Das ist eine Trennung, wie jede andere auch. Dieses dich hinhalten wollen, ja? Vielleicht mal gucken, wir wollen mal schauen, ne? Das setzt dich nur auf die Ersatzbank und in dem Moment, wo du ihr deswegen keine Konsequenzen verpasst, nämlich in Form dessen, dass du sagst, nö, es gibt nichts in diese Richtung in Zukunft. Entweder jetzt oder gar nicht, ne? Und ihre Entscheidung ist schon getroffen, also gar nicht, ja? Das musst du als Konsequenz daraus ziehen. Das heißt, du musst dich eigentlich aktiv davon entfernen und sagen, nee, das wird nichts mehr. Ich muss jetzt auf mich schauen, mir muss es gut gehen, danke, brauche ich nicht in Zukunft, ciao. Und das ist die Konsequenz und ohne diese Konsequenz wird es keine Chance in Zukunft mehr geben, weil sie immer mehr sich mit diesen Gedanken anfreunden kann, ja, das war's, das war's jetzt. Und vielleicht dann irgendwann, ja? Also das lässt dich so im Hinterkopf bei ihr sein, dass da nichts mehr entstehen kann. Moin, wollte auch erst mal Danke sagen. Bitte, wofür? Da habe ich den Kanal erst nach dem ersten Klärungsgespräch entdeckt. Ja, Klärungsgespräche sind übel, weil ich meine, du kannst nichts mehr erreichen. Und wir denken uns in dem Moment dann häufig, ja, aber sie will doch noch mit uns reden, da ist doch bestimmt noch irgendwas. Dabei ist es eigentlich meistens Beschwichtigung. Nach der ersten Trennung habe deine Videos gegen Kraft und Klärung. Sieben Monate ist es her, weiter geht die Reise. Gute Einstellung. Was ist, wenn eine Rebound-Beziehung kaputt geht? Zurücknehmen oder lieber nicht? Das ist deine Sache. Das kann ich dir von außen nicht sagen. Es kann, erst mal würde ich es darauf beziehen, kannst du das, ja? Also bist du dazu in der Lage, ohne einen Groll zu hegen, ohne ihr hinterher Vorwürfe zu machen, ohne dich innerlich verletzt zu fühlen immer wieder? Also bist du wirklich dem ganzen Gegenüber emotional offen oder bist du eigentlich emotional abhängig und willst die jetzt gerade nur zurück, nur um dann zu merken, dass du damit eigentlich nicht umgehen kannst? Das ist das Erste, was ich mich fragen würde. Und dann ist natürlich die Frage, willst du das? Weil es gibt ja also eine Rebound-Beziehung. Die Frage ist, wie hat das mit euch geendet logischerweise? Die Frage ist, wie war es dann währenddessen, wo hast du dich hinentwickelt, wo hat sie sich hinentwickelt? Und wenn sie einfach nur wieder ankommt nach dieser Rebound-Beziehung, ja, dann, ja, das musst du dich selber fragen, ob du das machen würdest. Kann ich dir nichts zu sagen. Das ist genauso, wie wenn du auf einmal, ich weiß nicht, äh, Klawotten einkaufen gehen willst und ich sage, ey, das sieht mega geil aus, du fühlst dich da drin aber unwohl, ja? Dann wäre das kein Grund, das zu nehmen, wenn du es dann nur für mich machst. Das ist schön blöd, weil dann, ja, dann machst du, ja, dann bist du im Außen. Dann machst du das, was andere dir sagen, beziehungsweise was andere gut finden und versuchst dich daran anzupassen, es vielleicht auch gut zu finden. Also erstmal, kannst du das überhaupt? Kannst du es überhaupt zurücknehmen? Und die Frage wird dich wahrscheinlich sowieso schon genug Kraft kosten und dann willst du das. Wenn du jetzt natürlich direkt sagen könntest, nee, will ich nicht, dann brauchst du dir auch keine Gedanken darüber zu machen, ob du das kannst. Aber, ja, wenn du das Ganze wirklich aufarbeiten willst, würde ich es auf die, also würde ich es andersrum angehen. So, Kinas, habt ihr noch Fragen? Oder sind wir durch? Nein, Spaß. Das wäre vielleicht ein bisschen arg wenig. Da mache ich ja in den Live-Gruppen-Calls mehr. Hey Flo, wenn das erste Date sehr gut war, sollte man das als Mann auch mitteilen und dass man gerne ein weiteres Treffen sich vorstellen kann oder warten, bis sie sich meldet, um Interesse einzuschätzen? Es kommt auch aufs erste Treffen drauf an. Also wenn da eine Leichtigkeit drin war, wenn du dir zu 100% sicher bist, dass sie Bock da drauf hat, dann kann man ihr das schon mitteilen. Aber auf der anderen Seite würde ich auch immer erstmal ein bisschen abwarten. Jetzt nicht auf die Art und Weise, ja, warte drei Tage, bevor du sie anschreibst, bevor ihr ein neues Date ausmacht oder so irgendwas, darum geht es nicht. Sondern, wenn du dieses Date hattest, dann würde ich mich erstmal wieder so ein bisschen auf mich selber konzentrieren, weil, ja, das kostet Zeit. Muss man erstmal so sehen. Deine Zeit ist wertvoll, in deiner Zeit musst du dein ganzes Zeug, warum bin ich kein Mott hier? Da musst du dein ganzes Zeug erstmal irgendwie gebacken kriegen. Ach, verdammt, ich kann es jetzt gerade hier nicht einstellen. Oder? Kann ich? Kann ich nicht? Kann ich. Wunderbar. Wieso habe ich das nicht sofort gemacht? Okay, müsste geklappt haben. Ja, also, pass auf. Dates. Deine Zeit ist wertvoll. Das heißt, du hast in dieser Zeit deine Zeit dafür gegeben, ne, für das Date, um sie kennenzulernen, um eine schöne Zeit mit ihr zu haben. Und das geht dir von deiner Zeit so gesehen flöten. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, am nächsten Tag dich direkt wiederzutreffen. Ihr einfach nur mitzuteilen, ja, war ein schönes Date, würde dich gerne weiter kennenlernen. Das sind Dinge, das kannst du alles im Date selber machen. Also, da brauchst du ihr nicht im Nachhinein zu schreiben, keine Ahnung, wenn ihr zu Hause seid, so eine Stunde später, ja, war schön heute, sollten wir wiederholen. Das sollte eigentlich klar sein. Das ist auch wieder Framesache. Also, wenn für dich nicht, also, du strahlst auch was Gewisses aus. Und so, wie du drauf bist, wird es auch bei ihr ankommen. Also, beispielsweise, wenn sie jetzt von sich aus schreiben würde, am gleichen Abend noch, hey, hast du da und da Zeit? Oder am nächsten Tag hast du da und da Zeit? Und von dir kommt, wie aus der Pistole geschossen, ja, klar, gerne, gar kein Problem. Muss nur gucken, vielleicht die Woche wann genau, aber gerne. Musst immer so ein bisschen abwägen, was hat mehr Wert insgesamt. Aber theoretisch kannst du es machen, wenn die Anziehung hoch war zwischen euch und so weiter, dann kann man sich das erlauben. Was haben wir noch? Illusion der Aktion, kann ich was machen? Rache, verzeihen und dir sagen, dass ich für so einen Scheiß nicht zu haben bin? Es geht nicht um Rache. Also, warte mal, welcher warst du denn gerade eben? Das war, ja, das war das mit dem Arschlauch. Nee, wozu? Muss man nicht machen. Also, ist absolute Zeitverschwendung. Du investierst da innerlich ja auch wieder weiter rein, wenn du ihr schreibst. Das ist ja der Punkt an der ganzen Geschichte. In dem Moment, wo du nichts tust, wo du dich auf dich selber konzentrierst, kannst du davon loskommen. Da kannst du deinem Unterbewusstsein langsam beibringen, hey, ja, verbring mal innerlich nicht mehr so viel Zeit mit der Frau, sondern konzentrier dich auf dich. Ja, dann kommen auch die Gefühle dementsprechend. Wenn du jetzt so viel da rein investierst und dir vorstellst, ich werde dir das und das tun, ich werde dir das jetzt reindrücken und im schlimmsten Fall machst du es dann auch noch, dann gehst du auf sie zu und schreibst dir das. Du wirst eine Reaktion bekommen und die Reaktion, die wird wieder was in dir auslösen. Mach dich fertig mit der Zeit. Also das hat nichts mit Illusion der Aktion zu tun. Das ist auch wieder so eine Aktion, die ist einfach nur unüberlegt. Die ist emotional und die muss nicht sein. Also für dich. Bei ihr erreichst du da sowieso nichts mehr. Wo geht es weiter? Sie wollte vorher noch reden, habe das Respekting angesprochen. Was? Warum sprichst du sowas an? Entweder es ist so oder es ist nicht so. Das braucht man nicht zu besprechen. Hey, pass mal auf. Also ich habe das Gefühl, dass du in letzter Zeit keinen Respekt mehr vor mir hast. Kein Gespräch nötig. Du musst dir immer vorstellen, was dahinter steht. Denkst du, sie sagt dann auf einmal, ja, du hast recht. Klar, also dass ich dich Arschloch genannt habe, das meine ich zwar so, aber ja, das ist respektlos, du hast recht. Das bringt dir ja nichts. Habe sie während der vorgegangenen Diskussion nicht ausreden lassen, das fand sie respektlos. Entschuldigen. Was? Nein, warum denn? Schau mal, wie die mit dir geredet hat. Wofür willst du dich entschuldigen? Ich hätte die Frau auch nicht ausreden lassen. Ich hätte die nicht mal zu Wort kommen lassen. Das wäre mir alles scheißegal gewesen. Klar, du bist jetzt gerade emotional da drin. Du bist nicht in dieser Lage. Deswegen auch, ja, also dass ich das dir jetzt so erzähle, logischerweise. Ich stehe an einem anderen Punkt, was das alles angeht. Aber die Wirkweisen dahinter sind ja trotzdem noch da. Also wofür willst du dich entschuldigen? Warum willst du dich entschuldigen? Was soll diese Entschuldigung überhaupt bringen? Du erwartest ja irgendwas, wenn du zu ihr gehst und Entschuldigung sagst. Zumindest mal, dass sie sagt, ja, ist okay, du, schön, danke. Nicht mal das wird sie machen, weil sie hat ja keinen Respekt mehr. Also warum sollte sie? Sowas würde ich niemals in mein Leben zurücklassen. Ja, wozu auch. Sie hatte sich getrennt wegen ihm. Also war es Monkey Branching und kein Rebound. Mit dem hat sie einen Monat vor der Trennung was angefangen. Ja, also Monkey Branching. Und da ist meine Meinung zu inzwischen schon relativ klar. Also das ist Beschiss. Die hat dich beschissen. Ich würde sie allein wegen der Kinder zuliebe 11, 14 und 17 zurücknehmen. Bin mir aber nicht sicher. Schau dir mal mein Video Monkey Branching der Ex zurück. Kann ich das verantworten an? Da gehe ich da so ein bisschen näher drauf ein. Das ist halt, das ist nicht mehr wirklich ein Für und Wider. Das ist einfach nur dieses Rationale gerade in dir. Auf der einen Seite, nämlich, dass du deine Familie durch sie, durch ihre Aktionen verloren hast. Also insgesamt, diese Gesamtheit der Familie. Und das andere ist das Emotionale. Und das zusammen, das drückt eben enorm da drauf. Aber so gesehen, ja, ist immer blöd, wenn man ewig mit der Frau zusammen war und jemand von außen sagt dir, die Frau hat keinerlei Werte. Du kannst in die Tonne kloppen. Aber wenn wir mal wirklich ehrlich sind in so einem Fall, ja, du bist im Moment gerade eine Option für sie. Wenn überhaupt. Also wenn das jetzt nicht klappen sollte und sie kommt zu dir zurück, bist du eine Option. Das kann sich komplett ändern. Aber die Frage ist dann, warum sollte man das da zurücknehmen? Und wie gesagt, das ist halt so ein Für und Wider. Letztendlich, ja, nee. Also ich persönlich, das ist auch wieder eine Frage, die jeder persönlich für sich entscheiden muss am Ende, weil ihr müsst auch mit euren Entscheidungen leben. Aber das verschlimmert die Beziehungsdynamik auf eine Art und Weise, dass ich denke, dass das normalerweise, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber normalerweise hat sowas keine Zukunft. Selbst wenn man wieder zusammenkommt, das sorgt eher noch dafür, dass es danach endgültiger aus ist. Lass sie doch erstmal kommen. Bringt doch nichts, wenn ausschließlich du aktiv wirst oder hat er recht. Lass die Nummer ab, blockieren nicht erforderlich, keine Reaktion in ihre Richtung. Ja, Selbstschutz ist erstmal mit das Wichtigste. Und da ist halt wichtig, dass man No Contact so durchzieht, wie ich es erkläre und nicht so, wie man sich gerade fühlt oder dass man denkt, hey, ich picke mir jetzt von dem was raus auf YouTube, von dem was raus und von dem was raus. Weil letzten Endes, jede dieser Dinge ist, also diese Dinge, die man sich da rauspickt aus diesem Gesamtprogramm der Leute, ist für irgendwas gedacht. Und wenn man sich alles zusammenschmeißt, wie man es für lustig hält, weil man denkt, ja, das ist jetzt bestimmt, jetzt mache ich hier die Nonplusultra, No Contact, Kontaktsperren, bla bla bla. Und gute Nacht, das hat keinen großen Wert. Also da fällt man nur noch mehr auf die Schnauze. Selbst wenn man zum Albert geht und macht eins zu eins das, was der macht, ist das in Anführungsstrichen besser, als wenn man sich was von mir raussucht, was von Mischa raussucht, was von Metin raussucht, was von den ganzen Österreichern da drüben raussucht und das dann zusammenwürfelt. Das macht einen im Endeffekt dann nur noch fertiger und unattraktiver. Obwohl ich nicht sagen will, dass die anderen Ausnahmen bestätigen, die Regel. Lassen wir das. Schau mal das Video, ich kann nicht aufhören, an meine Ex zu denken. Ja, da sind bestimmt viele dabei, die er sich anschauen kann. Sind nur inzwischen logischerweise so viele, dass man teilweise auch gar nicht mehr weiß, wo genau man anfangen soll. Also es kommen einem am Anfang ja so viele Fragen in den Kopf und ich denke, viele davon habe ich schon beantwortet, aber man sucht jetzt auch nicht bei jeder Frage direkt, nur genau danach. Ja gut, wenn man die Liste einmal komplett von vorne bis hinten durchgeht, dann hat man alles durch, das ist klar. Aber da achtet man auch noch nicht so drauf, wie man die Frage gerade selbst im Kopf hat. So, wo geht es weiter? Dann sieht sie mein Profilbild nicht mehr. Ja und? Sie hat dich Arschloch genannt. Sie hat dich Arschloch genannt. Was hat sie dich alles genannt? Was hat sie dir alles an den Kopf geworfen? Wenn die dein Profilbild nicht mehr sieht, dann ist es halt einfach eine Konsequenz. Fertig. Und wenn du nicht konsequent bist, sondern dir das gefallen lässt, dich so behandeln zu lassen und sie immer noch in der Liste hast, was soll sie von dir denken? Obwohl sie hat nachts direkt meine Nummer gelöscht und sich auf Tinder und Co. angemeldet. Top Frau. Das ist eine Top Frau. Also, muss schon sagen, da hast du echt einen tollen Fang gemacht. Nehme mal ohne Witz. Ich kann manchmal nur noch den Kopf schütteln. Ich kann es teilweise noch nachvollziehen. Ich war auch mal jung, ja? Aber, ich kann nur noch den Kopf schütteln inzwischen teilweise. Was für Geschichten ich da höre. Weil es einfach so weit entfernt von dieser, ja, von dieser, von dieser, es ist nicht weit entfernt von dieser Realität da draußen. Es ist sogar fast der Durchschnitt. Aber der Durchschnitt ist heutzutage nichts mehr wert. Wenn du dich verhältst wie der Durchschnitt, dann hast du verloren da draußen. Stimmt, hat mich da mächtig in was rein manövriert. Und sie hat auch, wunderbar, auf Mutter gegangen, ist ja auch klasse. Es ist doch scheißegal, ob sie es zurückgenommen hat. Also, das sind so erste Impulse, die zeigen, wie die Frau wirklich ist. Also, das ist ja, keine Ahnung, wenn ich in der Diskussion direkt einem eins auf die Schnauze haue und mich dann dafür entschuldige, dann bin ich trotzdem so. Wenn ich mich nicht unter Kontrolle habe, dann ist das so. Das heißt, du hast da eine Frau vor dir, deren Entschuldigungen nichts wert sind, weil sie es dann nachher immer wieder macht. Und es sind dann solche Leute, die so kleinlich sind und wahrscheinlich sagen, ja, keine Ahnung, ich nenne dich nicht mehr so, machen sie dann auch nicht mehr, lassen sie sich da aber neue Wörter für dich einfallen. Das ist absolut rein gar nichts wert. Und beim ersten Mal, wenn das passiert wäre, wäre ich auch weg gewesen. Versuch mal mehr an dich und weniger an sie zu denken. Ja, das ist aber auch schwierig im Moment gerade, würde ich sagen. Weil, wie lange dürfte er in No-Contact sein? Noch so gut wie gar nicht. Das heißt, er ist noch nicht wirklich bei sich selber angekommen und es wird erstmal ein schwerer Weg. Aber wenn es soweit ist, Florian, gibt es denn noch gute Frauen da draußen? Verrückte Zeit, finde ich. Ja, schon. Aber. Und nein, nicht alles vor dem Aber ist gelogen, auch wenn der Spruch das so sagt. Der Scheiß daran ist halt, wenn du danach suchst, dann wirst du Probleme übersehen für gewöhnlich. Wenn du danach suchst oder einen innerlichen Drang hast, jetzt eine finden zu wollen, dann wirst du meistens an die Falschen geraten. An die Richtigen gerät man eher, wenn man, ja, wenn es einfach so passiert. Und wenn man natürlich trotzdem den Blick offen hält für rote Flaggen, wenn man sich selber im Griff hat, wenn man sich an einen gewissen Punkt gebracht hat. Das heißt, gibt es schon, aber es ist auch sehr stark von dir persönlich abhängig. Nicht, um dir jetzt Schuld rüber zu drücken oder dir die alleinige Verantwortung an dem Ganzen zu geben. Nur musst du immer bedenken, also du bist quasi derjenige, der das Ganze irgendwo in der Hand hat. Langfristig gedacht, nicht kurzfristig. Kurzfristig wäre auf Tinder anmelden und mal gucken, was so draußen ist. Da kann man sich eigentlich nur frustrieren, weil da läuft einfach nur Dreck rum. Meistens. Genau. Hallo Flo, ich und meine Ex waren 17 Jahre zusammen. Waren 17 zusammen. Ich tippe einfach mal auf Jahre. Wir sind jetzt sieben Monate getrennt und sie ist jetzt seit vier Monaten mit meinem ehemaligen besten Freund zusammen. Sie sind noch verheiratet. Ja, du musst sofort, also ich würde da sofort die Scheidung einreichen, aber so schnell wie es nur geht. Klar, Scheidungsjahr und so weiter, aber schon mal alles auf den Weg bringen. Das ist genau wie wenn, beispielsweise, wenn man zusammen wohnt und es wird sich getrennt. Es muss Aufbruchsstimmung aufkommen in dem Fall. Sowohl für dich als auch für sie. Es bringt jetzt nichts, irgendwie das Ganze abzuwarten. Deshalb ja, Versuch. Aber Versuchen ist auch wieder so eine Sache. Wie war das? Star Wars 5? Gibt kein Versuchen. Tu es oder tu es nicht? Super, jetzt fühle ich mich wie Yoda. Klein und grün. Wie baut man Anziehung auf? Gar nicht. Anziehung ist da oder nicht? Du kannst dich dahin entwickeln, dass du attraktiv wirst und attraktiv handelst. Aber Anziehung ist was, was man in den ersten 5 Sekunden spürt. Die ist entweder da oder nicht. Die reicht entweder aus oder nicht. Da braucht man sich gar keine Gedanken drum zu machen, dass man Anziehung aufbauen würde. Und wenn du in einer Beziehung bist und du möchtest Anziehung bei deiner Freundin oder Frau wieder aufbauen, die verloren gegangen ist, dann ist das Schlimmste, was du machen kannst, so rum zu denken, nämlich, dass du bei ihr Anziehung auslösen müsstest. In Wirklichkeit ist es so, dass Anziehung passiv passiert. Klar, durch aktive Handlungen von dir. Aber in dem Moment, wo die Handlungen dafür da sind, um etwas bei ihr zu erreichen, bist du in ihrem Frame. Aber sie muss in deinen Frame, damit das passiv passieren kann. Das heißt, du musst jemand werden, der attraktiv ist. Und nicht versuchen, Anziehung bei einer Frau weiter auszubauen oder anziehend auf sie zu wirken. Willst du anziehend wirken oder willst du anziehend sein? Das ist immer die Frage. Und das ist natürlich auch ein langfristiger Weg. Deswegen, Männer müssen werden, Frauen müssen bleiben. Deswegen, der Teil Männer müssen werden. Weil wir sind anfangs nicht attraktiv. Das ist relativ normal. Und wie handelt man attraktiv? Schau alle meine Videos. Es ist so einfach. Frame, das war doch das letzte Video, was ich rausgebracht hatte, oder? Da muss ich mal kurz drüber gucken. Erklär mal kurz Frame. Frame ist nicht kurz erklärt. Ich habe im Coaching zwei Stunden Videomaterial dazu, um das mal so ein bisschen aufzuschlüsseln. Da kannst du ewig drüber reden. Und außerdem, wie gesagt, es gibt die Grundlagenvideos. Schau dir die an. Also jetzt anzufangen, den Leuten den Frame von Grund auf erklären zu wollen, da wäre ich jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt. Aber... Ah ne, ich glaube, ich habe es verschoben, das Video. Ja, das kommt noch. Frame ist gelebte Realität, war es, glaube ich. Gut, ich finde es jetzt gerade nicht. Es sind zu viele, die noch auf der Liste stehen. Wie handelt man attraktiv? Ja, hauptsächlich geht es darum, dass du dich selber in die maskuline Richtung entwickelst, an deinen fünf Säulen arbeitest, weil du als Mann der Burden of Performance nachkommen musst. Ähm, dass du weißt, wer du bist, dass du emotional stabil bist. Und ja, grundsätzlich, wie gesagt, es ist was, was passiv auf Frauen wirkt. Es ist nichts, was aktiv gemacht wird. Auch wenn es von außen vielleicht so aussehen mag, dass der ein oder andere attraktive Mann ähm, durch seine aktiven Aktionen so ist. Aber da steht halt eine Menge Arbeit dahinter. Ich gebe dir gleich Krogu. Das habt ihr jetzt aufgenommen gerade, ne? Kann ich mich schon mal auf den Short freuen. Ja, sie ist von Tinder und hatte rote Flaggen. Brauchen wir gar nicht weiterzureden, oder? Ich habe vorher schon viel Scheiße erlebt und mich mit viel, was, mich viel mit Red Pill und Co. beschäftigt. Und das ist halt immer der Punkt dabei. Sich damit zu beschäftigen, ist rein gar nichts wert. Also, Red Pill bedeutet ja, wie kann man sich viel mit Red Pill beschäftigen? Red Pill heißt einfach nur, Frauen und Männer lieben anders. Punkt. So, ich habe mich jetzt zwei Sekunden damit beschäftigt und bin durch damit. Die Schlussfolgerungen darauf sind wichtig und dass man sie in sich integriert. Es ist nicht wichtig, dass man dieses Wissen hat. Es ist wichtig, dass dieses Wissen, also das Rationale und das Emotionale, also man selber, damit übereinstimmen. Dass man konkurrent ist, dass man synchron damit ist. Dass man quasi fühlt, was funktioniert. Das ist auch wieder Frame. Also, dass man das lebt, was man sein will und es lebt, was man sein muss. Also, auf der einen Seite, was, wer man werden will, wer man sein will in jeder Situation. Und auf der anderen Seite, dass es so realitätsnah, wie nur möglich abläuft. So, aber das war, das war ein neues Maß. Ja, das ist halt immer so die Problematik. Also, wenn man das mal gerafft hat irgendwo und von diesen ganzen roten Flaggen weiß, dann kann dich eine Frau trotzdem immer noch emotional da reinziehen. Und das darf nicht passieren. Deswegen fahren wir ja so früh am Anfang da rein, wenn eine Frau extrem viele rote Flaggen hat und sagen, ja, komm, pass auf, nee, macht keinen Sinn, ich konzentriere mich lieber wieder auf mich. Fertig. In dem Fall geht es einfach darum, dass wir uns emotional nicht komplett an sie binden, bevor wir quasi keinerlei Möglichkeit mehr haben, da rauszukommen. So, Moment. Hätte ein Beispiel. Hab eine Frau in der Uni gesehen, sie und ich wollten was voneinander. Nun konnte ich sie wegen einer Krankheit lange nicht sehen. Macht es Sinn, sie kennenzulernen oder ist es vorbei? Es kommt darauf an, wo ihr jetzt heute steht. Also, wenn du halt krank warst und hast keine Zeit für sie gehabt, dann ist es so, aber jetzt bist du ja nicht mehr krank. Das heißt, du gehst zu ihr hin und fragst, beziehungsweise du fragst nicht, aber du guckst mal, wie sie auf dich reagiert. Und wenn die Möglichkeit besteht, dann macht es natürlich Sinn, sie kennenzulernen, weil warum nicht? Aber da sollte es darum gehen, dass du sie quasi anziehst. Also, du schaust dir an, was hat sie dir eigentlich zu bieten, kann man mit ihr Spaß haben. Also, ist da Leichtigkeit drin? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann, ja, die meisten Männer versuchen dann irgendwie, wie du es gerade gesagt hast, Anziehung zu steigern, indem sie versuchen, ihr jeden Wunsch von den Augen abzulesen oder zu gucken, okay, wie reagiert sie jetzt da drauf, wie reagiert sie da drauf und so weiter. Und das ist halt Schwachsinn. Das sorgt im Endeffekt nur dafür, dass die irgendwann mit dir spielt. Ja, Flo, emotional ist meine Handbremse angezogen. Danke dir. Das ist halt ein Punkt, der irgendwann nach so einer Trennung kommt. Das ist auch relativ normal. Da braucht man sich keine Gedanken großartig drüber zu machen. Das kann man akzeptieren, wie es ist. Ja, irgendwann muss die Handbremse halt nur wieder gelöst werden. Also, irgendwann musst du emotional wieder offen dafür werden. Du wirst verletzt werden im Leben. Das ist keine Frage. Die Frage ist immer, wie selbstbestimmt ist das Ganze? Also, wie hoch, also wie realitätsnah siehst du das Ganze? Wie sehr kannst du das schon von vornherein sehen, ob das eine Chance hat oder nicht? Weil, wenn du aus dem Nichts auf die Fresse bekommst, dann ist es immer schlimmer, als wenn du sagst, hey, ja, das hat eine Chance, dass das schiefgehen kann. Die Chance ist vielleicht sogar gar nicht gering. Aber ich gehe es trotzdem ein. Weil dann kannst du im Nachhinein sagen, okay, mein Fehler damals war das und das. Das sind Dinge, die ich ab sofort so nicht mehr machen werde. Und dann wird es dir mit der ganzen Geschichte besser gehen. Je selbstbestimmter du bist, je mehr Kontrolle du über die Situation hast, über dich selber, umso besser ist es. Weil die Anziehung ab dem Punkt, wo es getriggert wird, beziehungsweise man sie oder ihn als erstes Mal sieht, doch sinkt mit der Zeit. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Warum sollte es? Das sieht man ja auch relativ häufig. Also wenn man beispielsweise jemanden noch überhaupt nicht kennt, man trifft sich zufällig auf einer Party, man hat gar nicht viel Kontakt, man merkt aber sofort so eine Spannung zueinander. So, jetzt trennt man sich quasi, also Party ist vorbei und man hört zwei Monate nächstes Mal voneinander. Also da war wirklich extreme Spannung, aber fertig, ja. Das nächste Mal, wenn man sich sieht, kann diese Spannung genauso oder noch stärker sein, je nachdem. Ich rede jetzt von diesen Zufallsbegegnungen zum Beispiel mal. Also wenn ein Kumpel dich auf eine Party von einem anderen Kumpel mitnimmt, mit dem du eigentlich nichts zu tun hast und seine kleine Schwester auf einmal so eine Anziehung zu dir hat, ja, also so in die Richtung. Also es muss nicht unbedingt abnehmen. Aber das musst du natürlich für dich selber rausfinden, wie es jetzt zwischen euch ist. Weil wenn die jetzt in der Zwischenzeit beispielsweise Anziehung zu einem anderen hat, klar kommst du dann da nicht mehr rein, dann macht es keinen Sinn. Das heißt, es ist relativ situationsabhängig. Aber die sinkt nicht von dem Zeitpunkt ab, wo man sich gesehen hat. Im Gegenteil. Du kannst sie eigentlich relativ lange da halten, wo sie ist. Würde mal allgemein wissen wollen, was du zu Beziehungen am Arbeitsplatz sagst, was du davon hältst. Ja, man scheißt nicht da, wo man ist. Das halte ich davon. Ganz ehrlich, also ich sehe es relativ selten, dass das gut geht. Vor allem, wenn man, keine Ahnung, in der gleichen Abteilung sitzt oder so. In der gleichen Dingensfirma, wenn man nichts großartig miteinander zu tun hat, ist auch teilweise kritisch. Also ich sehe halt auch immer nur die Auswirkungen, wenn es dann nicht klappt. Und teilweise liegt es auch daran, dass es nicht klappt, dass man einen gemeinsamen Arbeitsplatz hatte. Also das ist absolut nicht zu empfehlen. Es gibt auch ein Video dazu. Exen am Arbeitsplatz. Ja, aber da geht es halt auch eher so ein bisschen darum, wie man dann mit der Ex auch wirklich da umgeht. Wie lange streamst du noch? Keine Ahnung, Stündchen? Mal schauen. Und immer am ersten Sonntag des Monats. Bisher zumindest. Das Witzige ist, dass die neue Beziehung heimlich ist, weil er selbst seit 21 Jahren verheiratet ist mit einem Kind. Er fährt mit seiner Familie in Urlaub und meine Ex-Frau wartet hier brav. Ist das dein Problem? Ich sage immer ganz ehrlich, also wenn eine Frau dich für irgendjemand anderen verlässt, dann ist das, es hat mit dir in dem Moment dann nichts mehr zu tun. Also ihr habt eure Beziehung in Anführungsstrichen an die Wand gefahren. Das zwischen euch hat nicht mehr funktioniert. Und der nächste, den sie sich nimmt, das könnte ein Feuerwehrhydrant sein. Das kann dir vollkommen Schnuppe sein. Es ändert nichts. Ob das jetzt ein toller Typ ist, ob das jetzt ein Arschloch ist, ob das jetzt keine Ahnung was ist, ist vollkommen egal. Die hat in dem Moment Gefühle für ihn. Das heißt, diese Gefühle in ihr, die müssen sich erst ändern, damit das wieder irgendwie einen Einfluss haben kann. Also vollkommen egal, wer er ist. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Sich mit dem vergleichen oder sich mit dem beschäftigen. Weil, ja, Feuerwehrhydrant. Die könnte mit Feuerwehrhydranten bumsen. Das ist vollkommen egal. Den würde sie in dem Moment besser, für besser halten als dich. Weil die Anziehung zu ihm da ist. Also es ist vollkommen egal, ob der ist wie du, ob der das Gegenteil ist von dir, ob der besser ist als du, ob der schlechter ist als du. Alles irrelevant. Es geht nur um ihr Gefühl in dem Moment. Und da kannst du dir auch jetzt nicht von mir irgendwas abholen, wie beispielsweise, ja, das wird sowieso schief gehen. Sie macht einen schlechten Deal, bla bla bla. Das ist vollkommen egal. Im Moment geht es gerade um dich. Je mehr du da rein investierst, umso schlimmer wird es dir gehen. Also lass das. Mein Bauchgefühl hat mich nie im Stich gelassen. Das Bauchgefühl war bei ihr relativ früh schon da. Das nenne ich auch das maskuline Bauchgefühl in dem Moment. Also wenn dir beispielsweise eine Frau sagt, hey, keine Ahnung, ich habe in der Vergangenheit 50 Typen gehabt, habe drei Kinder von drei verschiedenen Männern und so weiter. das wird dir im Bauch rumgehen. Und das ist ein Gefühl, auf das man eigentlich hören muss, weil es einen tief drin irgendwo selber repräsentiert. Und wenn man es nicht tut, sondern dem Gefühl nachgibt, dem Emotionalen, der Liebe, ja, dann verringerst du dadurch deinen Selbstwert. Also wenn du auf dieses Gefühl nicht hörst, du musst es natürlich auch erstmal raffen, dass es das ist. Aber ab einem gewissen Punkt kann man sich drauf verlassen. Das ist dann dieses Ding zwischen, ähm, wie heißt es, zwischen, das fällt mir gerade nicht ein. Genau, doch, das ist das Ding zwischen bewusster Kompetenz und unbewusster Kompetenz. Bewusste Kompetenz ist, hey, ich weiß, so und so ist es, ich fühle es aber noch nicht, es ist noch nicht wirklich drin im Kopf. Unbewusste Kompetenz ist einfach, hey, du machst eine Sache, denkst gar nicht drüber nach. Und das muss am Ende quasi dastehen. Das ist das Ziel, dass du am Ende nicht nur weißt, was richtig ist, sondern dein Gefühl es dir sagt. Ist, ja, ist nicht mehr deine Aufgabe. Durch Zufall eine super Frau kennengelernt und Kontakt über Sprachnachrichten aufgebaut. Chemie stimmt, sie will sich nicht treffen, weil sie in einem Heilungsprozess steckt. Kann das nicht einsortieren. Warum nicht? Was kannst du daran nicht einsortieren? Sie kann sich nicht treffen, Punkt. Sie ist nicht emotional offen. Ist ja schön, dass, äh, die Chemie stimmt. Habt ihr über Sprachnachrichten aufgebaut, oder was? Du baust, das Problem ist, wenn man sich nicht trifft, dann baut man eine Erwartungshaltung im Kopf auf. Und diese Erwartungshaltung muss dann mindestens erfüllt werden, damit es Sinn macht. Und das ist bei uns Männern einfacher als bei Frauen. Also wenn eine Frau eine Erwartungshaltung an dich richtet, weil sie sich irgendwie dicht zurechtschustert, ja, sie hat eine Stimme gehört, das passt, du hast eine tolle Stimme, ja, super. Ist nicht so, dass ich das zum ersten Mal gehört hätte. Dann noch irgendwelche anderen Geschichten, die sie positiv findet, wo sie was rein interpretiert. Das ist ja alles in ihrem Kopf. Das ist ja alles noch nicht real. Ihr steht ja noch nicht voreinander. Und dem dann nachzukommen, also deswegen sollte man sich so schnell wie möglich treffen, damit diese Erwartungshaltung nicht komplett von der Realität, ja, fernab ist im Endeffekt. Also in dem Fall, du kannst es nicht einsortieren, ich kann es dir sagen, wenn sie sagt, sie steckt in einem Heilungsprozess, dann hält sie dich auf Abstand. Es ist vollkommen egal, warum sie das macht, aber eine Frau, die ein hohes Potenzial in dir sehen würde, also als ihr Mann in der Zukunft, die würde dich nicht von sich fernhalten. Da ist noch irgendwas im Hintergrund. Ob das jetzt ein anderer Typ ist, ob das jetzt ihr Heilungsprozess ist, ob sie denkt, selber nicht bereit dafür zu sein, ob sie in geringen Selbstzeit hat, es alles egal. Die hält dich auf Abstand. Da ist die Tat. Darauf Konsequenz. Und wenn darauf keine Konsequenz folgt, dann kann ich dir sagen, wie es endet. Mal wieder. Das ist ja der Witz. Alle sagen immer, ja, es ist ja so individuell, du musst dir die Situation spezifisch anschauen. Du musst es aber nur relativ, also du musst es eigentlich auf der obersten Ebene relativ neutral sehen. Und dann hast du da nicht mehr so viele Möglichkeiten, was passieren kann. Zu viel Red Pill gleich Black Pill. Nee. Totaler Schwachsinn. Zu viel hineininterpretieren in die Red Pill. Weil ich habe es gerade eben schon gesagt, Red Pill ist einfach nur, Frauen und Männer lieben anders. Punkt. Das war die Red Pill. Fertig. Wenn du jetzt ruminterpretierst und dir denkst, ja, so und so muss es sein und so und so sind Frauen und so und so sind Männer und bla 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 und das in den Extrem treibst und dich selber immer weiter in dieses Extrem reinschiebst, dann hast du die Black Pill. Ja. Aber gut, beschäftige ich mich sowieso nicht besonders mit, weil so Leuten kann man nicht helfen. Mein Chef ist seit über zehn Jahren mit seiner Assistentin zusammen. Hoffentlich bleibt das auch so. Hm. 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 Ist auf jeden Fall, ja, sinnvoller, in Anführungsstrichen, als wenn sie seine Chefin wären. Das würde nämlich nicht halten. Ich sage nur, wenn es schief geht, dann geht es so richtig schief. Und teilweise geht es schief, weil man sich halt da den ganzen Tag, ja, weil man da den ganzen Tag aufeinander hängt. Lese gerade Rational Mail, das Buch. Ist sehr schwierig. Wie war es bei dir? Was meinst du? Hab die alle hier, aber schwierig fand ich die jetzt nicht. Eher, ich fand es eher wie so ein Puzzle, was du zusammensetzt mit der Zeit. Also, jede neue Info da drin hat mir entweder irgendwas bestätigt, was ich sowieso schon irgendwo wusste, aber noch nicht einordnen konnte. Oder es hat mir quasi neue Dinge hingeschmissen, neue Puzzleteile. Und im Endeffekt, ähm, muss man halt bei Rollo Tomasi nur ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel interpretiert. Weil auch seine, seine Podcasts zum Beispiel, die gehen teilweise zwei, drei, vier Stunden lang, ähm, da schlüsselt der das alles wirklich einzeln auf und erklärt es nochmal. Und da hast du wirklich ein, ein Weltbild, was relativ, ja, gemäßigt ist sogar in meinen Augen. Aber was da teilweise draus gemacht wird, ja, also wenn man sich beispielsweise diese sieben Regeln von ihm dann nimmt, er sagt selber, das sind seine Regeln. Nach denen kann man leben, die kann man sich anpassen, die kann man für sich übernehmen. Aber sobald man sagt, ja, ich übernehme das einfach so, ohne irgendwie drüber nachzudenken, da ist man in meinen Augen halt schon wieder geistig beschränkt. Also, bisschen, bisschen selber nachdenken und ins Ding entsetzen und versuchen, das Ganze so positiv wie möglich aufzufassen. vor allem nicht gesellschaftlich sehen, wenn es geht, sondern für sich selber nutzen. Sobald man das Ganze gesellschaftlich sieht und anfängt mit, ja, Frauen sind scheiße, weil bla 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 und Männer sind so und so und höh und wir haben, wir sind der Preis, ja, fuck you. Geil. Ne, wirklich das Ganze einfach nehmen, auf sich selber übertragen und gucken, welchen Nutzen man rausziehen kann. und dann natürlich so gut wie es geht auf dem Boden bleiben. Ja, ich weiß, sag ausgerechnet ich. Ruhe. Und wenn sie fragen würde, warte mal, da kam doch davor schon was. Bezüglich No Contact, was ist eigentlich, wenn Ex schreibt und sich treffen möchte, aber die beiden Personen eine Ewigkeit auseinander wohnen? Warte. Und wenn sie fragen würde, ob der andere, warte mal, ob der andere kommen würde, wenn sie sich getrennt hat, hätte ich dafür keine Zeit. ganz ehrlich. Weil wir wissen noch nicht, in welchem Stadium sie das schreibt oder ob ihr Interesse auch so bleibt, wie es ist und ob wir dann nicht irgendwie zu ihr fahren und dann ist sie auf einmal in einer ganz anderen Stimmung. Das weiß die Frau ja teilweise selbst nicht. Das heißt, ich würde auf Nummer sicher gehen in dem Fall und meine Zeit wieder priorisieren und würde sagen, ey, pass auf, können uns gerne treffen auf einen Kaffee, aber ich habe in nächster Zeit relativ wenig Zeit. Also wenn du vorbeikommen willst, wenn du das unbedingt willst, dann machen wir das gerne, aber ich würde jetzt nicht die Zeit auf mich nehmen. Ich habe dafür keine Zeit. Geht nicht. Punkt. Und gar nicht irgendwie großartig rechtfertigen, warum oder sonst irgendwas. Die Zeit ist es nämlich auch nicht wert. Also ihr seht, in letzter Zeit bin ich ziemlich am, ja, am, 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 drüber nachdenken mit meiner Zeit und so weiter, aber es trifft auch auf alle anderen zu. Also wenn ihr mal allein diesen Faktor Zeit in diese ganze Geschichte mit reinnehmt, was euch das kostet, was euch das gekostet hat, was euch das Ganze kosten wird, die Prioritäten verteilen, was ist jetzt wirklich effizienter, sich selber weiterbringen und sich stabiler machen mit der Zeit oder auf jeden kleinen Scheiß von ihr eingehen. eure Zeit ist immer das Wichtigste. Das ist das verdammt noch mal wertvollste, was ihr habt. Das heißt, ihr dürft die nicht verschwenden lassen. Weder von Frauen, die ihr datet, noch von, ja, von eurer verdammten Ex. Egal wie emotional abhängig ihr seid. Wenn ihr das macht, ihr fahrt euch nur noch weiter in die Scheiße, sowohl vor ihr als auch vor euch. Wenn man zu viel sich über Red Pill beschäftigt, dann entwickelt man Hass gegenüber Frauen, rutscht, nee, das tut man, wenn man emotional eine richtig schwache Socke ist und nichts anderes. Dann passiert das, ja. Oder würdest du mich als Black Pill bezeichnen? Da bin ich mal gespannt. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, muss man auch sagen, seit drei Jahren. Dementsprechend, es ist möglich und es ist natürlich auch wichtig, dass man sich ganzheitlich damit beschäftigt, aber halt, wie gesagt, nicht gesellschaftlich. Sobald du rausgehst und beispielsweise dir anschaust, wie es im Moment gerade ist, auf Dating-Apps zum Beispiel, du kannst innerlich nur verlieren, du kannst dich nur frustrieren, aber in dem Moment, wo du das Ganze für dich nutzt und dir das Ganze erstmal so zusammenlegst, erstmal dich selber an einen realitätsnahen Punkt stellst, da kommt der Punkt, der dir wirklich was bringen kann und wo du aus diesem eventuell Negativen, was Positives ziehen kannst und dich selber auch in eine positive Richtung ziehst dadurch. Es ist immer die Frage, was wir draus machen. Es kommt natürlich stark darauf an, wer das ist, wer das macht, von welchem Standpunkt aus er kommt, an welchem Punkt er steht, an welchem Punkt er davor schon stand, welche Erfahrungen er gemacht hat und so weiter. Ich kann nicht eine Abrede stellen, dass das passieren kann, aber die Red Pill ist daran nicht schuld. Also es ist ja, als würde ich sagen, hey, der Himmel ist blau und die Leute würden sagen, ja, aber wenn ich das denke, dann glaube ich auch gleichzeitig an die Hölle. Macht absolut gar keinen Sinn, aber manche Leute, die, weiß, was ich meine. Also die Realität zu beschreiben, sorgt noch nicht dafür, dass man sich daran frustrieren muss. Das ist immer eine Sache der eigenen Einstellung. Was ist deine Meinung zu Sex mit der Ex? Na, schon ganz geil. Es hat natürlich meistens keinen Sinn oder Wert. Das ist meine Meinung, Punkt. Mehr muss ich dazu glaube ich nicht sagen. Wenn du noch eine Frage hast, stell sie rein, aber ja, kommt drauf an. Promiskutive Frauen, männliche Freunde, viel abends weggehen, Kontakt zum Ex und gemeinsamer Hund. Gemeinsamer Hund mit dem Ex? Ach du Scheiße. Maskuline Energie, emotional dicht, sehr selbstunsicher, Beziehungsstatus nicht klar. Heilige Scheiße. Das ekelt mich ja schon beim Lesen, wenn ich an so eine Frau denke. Ja, wie gesagt, da braucht man eigentlich gar nichts mehr zu machen. Schütz dich da innerlich selber, indem du halt einfach nichts mehr machst. Ich sage einfach, weil es jetzt nicht komplex ist, aber es wird natürlich trotzdem schwierig für dich werden, höchstwahrscheinlich. Zweifle ich nicht dran, darfst du auch nicht dran zweifeln, du darfst dem nur nicht nachgeben. Wenn du das mal machst, dann wird es dir immer leichter fallen, äh, andersrum gesagt, dann wird es dir immer schwerer fallen, das doch noch zu erreichen und doch noch dem widerstehen zu können. Also du darfst nicht in diese Dauerschleife reinkommen innerlich. Da musst du langsam ausbrechen, aber auch Schritt für Schritt. Also mach dir keine Sorgen, wenn das jetzt mal ein paar Wochen dauert. Schwierig war es in dem Sinne vom, ach so, Rational Mail, äh, englischer Sprach, äh, Sprachniveau, ja. Das, äh, wird glaube ich irgendwann mal einem Google-Übersetzer auf Deutsch übersetzt. Aber es war eine Katastrophe. Das braucht man sich gar nicht zu geben. Ähm, ich glaube, es gibt aber ein paar Zusammenfassungen von dem Ganzen. Wobei es natürlich einem Buch nicht gerecht wird, logischerweise. Also du, du wirst nie alle Infos, die du da rausziehen kannst, auch aus einer Zusammenfassung ziehen können. Also wenn du jetzt auf Blinkist zum Beispiel gehst, ich glaube nicht, dass es das Buch da gibt, aber andere beispielsweise, ich glaube, Niemehr Mr. Nice Guy gibt es da. Wobei es das, glaube ich, auch bei Spotify kostenlos zu hören gibt. Das sind halt einfach Grundlagen, die muss man sich so erarbeiten. Also da braucht man nicht irgendwie anzufangen, sich zwei Seiten durchzulesen und zu denken, jetzt habe ich das, jetzt kenne ich das Buch. Ist dein Coaching nur auf Ex zurückgelegt oder allgemein in dem Thema von der Red Pill? Also ich würde mal sagen, ich nutze die Red Pill dafür. Aber inzwischen, ich habe es, glaube ich, am Anfang so ein bisschen erklärt, ich arbeite mit den Leuten jetzt nur noch fest zusammen. Und es gibt da drei Bereiche, die allerdings quasi alles dieselben sind, wenn man mal so ein bisschen ums Eck rumdenkt. Ex zurück, loslassen, Persönlichkeitsentwicklung. Alle drei sind quasi der gleiche Weg. Die Frage ist immer nur, wo stehen die Leute? Also wenn du, warte mal, wenn du gerade erst aus einer Trennung rauskommst, dann ist klar, du willst in dem Moment Ex zurück. Du musst loslassen und für beides brauchst du Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt habe ich aber auch Leute, die sind schon Discord-Channel, ist unter jedem Video verlinkt. Also die Einladung. Dann gibt es auch Leute, die sind quasi schon weiter, die wollen die Ex schon gar nicht mehr zurück, kommen aber innerlich noch nicht los. Das heißt, Ex zurück kann man sich dann sparen, kann am Loslassen und der Persönlichkeitsentwicklung arbeiten und sie kommen trotzdem dadurch an den Punkt, dass sie in der bestmöglichen Position für Ex zurück sind. Und dann gibt es die Leute, die sind schon länger aus einer Beziehung raus normalerweise, die interessieren sich auch gar nicht mehr dafür, die müssen auch nicht loslassen, aber die sind an einem Punkt, wo sie sagen, hey, ich muss mal meinen Frame ein bisschen aufbauen, ich muss mal selbstsicherer werden, ich muss selber weiterkommen, weiter in meine maskuline Polarität kommen und so weiter. Und bei denen ist es dann so, die kriegen quasi nur die Persönlichkeitsentwicklung mit, die aber natürlich auch aus Beziehungsdynamiken und so weiter besteht und die werden es dann bei der nächsten Beziehung dadurch leichter haben. Das heißt, so gesehen, meine Coachings, es ist immer der gleiche Weg. Es geht eigentlich immer um dasselbe, die Frage ist immer nur, wo picke ich die Leute auf, an welchem Punkt stehen sie? Beschreibung vom Stream und YouTube, genau. Ich muss mal wieder ein bisschen scrollen, bin schon wieder ein bisschen hinterher. Verdeckte Narzissten werde ich niemals machen. Werde ich niemals machen. Ich habe dazu einen Short, der reicht, das ist eine Minute. Nämlich, dass ihr euch nicht mit Narzissmus beschäftigen sollt. In dem Moment, wo ihr euch mit Narzissmus beschäftigt, macht ihr das vielleicht vordergründig, um euch davor zu schützen. Ja, ich beschäftige mich auch nicht Tage und Wochen lang innerlich emotional damit, wie ich mich davor schützen kann, nicht vom Blitz getroffen zu werden. Ihr könnt was dagegen tun, an solche Leute zu geraten, indem ihr euch selber besser kennenlernt, indem ihr selber weiterkommt, indem ihr euch mit denen beschäftigt, ja, da seid ihr wieder in diesem negativen Bild drin. Da seid ihr damit beschäftigt, emotional in diese Leute zu investieren. Und ihr investiert in der Zeit nicht in euch. Das ist auch wieder eine Sache der Zeit und Effektivität, der Prioritäten. Es ist, ja, außerdem ist es in meinen Augen absoluter Clickbait auf YouTube. Also jeder, der irgendwas über Narzissmus macht, der hat es meistens, also zumindest zu einem Teil selber oder projiziert selbst oder hat selber Derbeprobleme, weil er dadurch erst da reingekommen ist, sich damit langfristig beschäftigen zu müssen. Und, ja, wie gesagt, Clickbait, die Leute klicken es zwar an, aber ihnen ist damit nicht geholfen. Du bringst sie damit in die falsche Richtung. Unter der Woche hat man sich ja noch gut an der Kontrolle wegen Arbeit, Gym und Klavierlernen, aber für mich ist das Schlimmste das Wochenende. Dann erwische ich mich, dass ich das Verlangen zu verspüren, nur mal Hallo zu sagen, bisher aber noch nicht gemacht. Ja, das ist das, was ich im Loslassen-Kurs so ein bisschen beschreibe, dass du halt theoretisch nicht positive mit negativen Momenten vergleichen sollst, sondern positive mit positiven und negative mit negativen über einen längeren Zeitraum. Das Wochenende wird im Vergleich zur Woche, in der du dich gleichzeitig ablenken kannst, sehr viel schlimmer sein. Das ist eine vollkommen normale Reaktion. Also, da darf man sich keine Illusionen machen. Das wird auch erstmal so bleiben. Aber denk mal dran, wie ging es dir vor drei Wochen am Wochenende? Zum Beispiel. Und dann, wenn du dir das überlegt hast, ja, wenn du gemerkt hast, oh, da ging es mir ja beschissener oder zumindest gleich scheiße, dann musst du deinen Fokus woanders drauf lenken. Dann brauchst du irgendwas anderes, was dafür sorgt, dass du dich nicht damit beschäftigst, wie scheiße es dir doch gerade geht. Möglicherweise irgendwas, was dir auch unter der Woche was bringt. Klar, es gibt Momente, in denen wird das immer wieder passieren. Das Leben passiert in Wellen. Und das ist da auch nichts anderes. Das heißt, es wird diese Momente geben, wo du morgens aufwachst, neben dich guckst und dir denkst, scheiße, sie ist nicht da. Es wird auch Momente geben, da willst du einfach nur einschlafen und hast die ganze Zeit diese Gedanken an sie. Aber, ja, das sind halt gegebene Dinge. Das sind gegebene Trigger, die man nicht loswerden kann. Du musst gucken, dass du sämtliche Trigger außenrum, die du loswerden kannst, los wirst und dass du gleichzeitig diese Ablenkung hast plus die Selbstverbesserung. Nur beides funktioniert. Wenn du dich nur ablenkst, das ist das Gleiche, was Frauen machen, wenn sie auf Tinder gehen nach einer Trennung, nachdem sie sich getrennt haben. Das bringt sie nicht weiter. Wenn du dich nur ablenkst, dann bringt dich das nicht weiter. Punkt. Das heißt, du brauchst mit der Zeit viele Dinge, die dich gleichzeitig ablenken und weiterbringen. Oder dir zumindest die Kontrolle über dich selber wiedergeben. Und da gibt es so ein paar Möglichkeiten. Also da kannst du auch mal auf den Discord schauen. Marty hatte bisher immer noch den Ruhe-Guide unter Do-It-Yourself oder habt ihr es inzwischen, habt ihr es wieder umbenannt? Das machen sie nämlich gerne mal. Ja, okay. Guide Ruhe unter Mach's dir selber. Ja, da sind ein paar Methoden drin. Da kann man mal schauen. Also ganz ehrlich, wenn ihr euch mit Psychologie auseinandersetzen wollt, dann macht's bitte richtig. Einfach bei DOM melden und wir gehen das mal durch. Ja, oder ihr bucht ein Coaching bei mir. Nee, aber das ist immer so der erste, der erste Punkt. Also geht auf den Discord-Server, schreibt euer Problem rein. Hey Florian, danke schön für all deine Arbeit hier. Like. Sehr gerne. Wieso sind viele Frauen gegen Red Pill? Weil es ihnen Optionen nimmt. Weil es ihnen Optionen, also eine Frau hat quasi eine innere Marketing-Abteilung und die sorgt dafür, dass sie immer im besten Licht dasteht. Das ist naturgegeben. Das ist für sie wichtig, weil es quasi ihre Art ist, bekommen zu können, was sie will. Nämlich Aufmerksamkeit, Bestätigung, Sicherheit und so weiter. Das Ganze, die ganze Palette, die sie von Männern bekommen kann. Und wenn sie scheiße dasteht oder so dasteht, wie sie teilweise durch Extremisten in dieser Szene beschrieben wird, dann macht es natürlich kein gutes Gefühl. Und nach außen würde sie auch nichts mehr reißen, wenn jeder Mann sie so sehen würde. Das heißt, da kommen dann in dem Moment Beschämungen und so weiter in die andere Richtung und sie können es natürlich nicht annehmen. Genauso ist es aber auch bei Männern teilweise. Also die noch in dieser Disney-Vorstellung sind hier, die einzig wahre Liebe, jeder Topf findet seinen Deckel, bla bla bla. Ja, die Leute können es teilweise nicht annehmen, wenn sie nicht die Not dazu haben. Oder, ja, ach sorry Kinder, ich bin irgendwie, heute bin ich am Arsch. Kommt mal ein Livestream mit Klaus Thiel und dir zusammen. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ich habe einmal mit ihm geschrieben gehabt, mal kurz, um mir da seine, wie heißt es, seinen NPC-Algorithmus für ein Video zu nehmen und das ausstrahlen zu können. Ja, ansonsten halte ich eigentlich relativ viel von ihm, aber habe jetzt, ich suche normalerweise auch nicht so den Kontakt zu anderen Leuten, also gerade in der Szene. Metin kam damals auch auf mich zu. Ich glaube, wir haben locker drei, vier, fünf Monate geschrieben, bevor wir mal das erste Video zusammen gemacht haben. Das braucht bei mir ein bisschen Zeit. und generell neue Leute kennenlernen ist es. Wo geht es weiter? Bezüglich Sex mit der Ex, das ist heute dein Thema. Ist es möglich, darüber neue positive Gefühle zu kreieren? Wenn daraus keine Beziehung mehr werden sollte, nehme ich den Sex gerne mit. Möglich ist es, die Frage ist halt immer, wie ist die Beziehungsdynamik dahinter? Also wenn du jetzt eine Frau beispielsweise vor dir hast, die von dir das quasi bekommt, die dir nicht mehr geben will, die sich in einer höheren Position als du sieht, die dir nicht hinterherläuft, so ein bisschen. Also wenn dein Interesse höher ist als ihrs, dann wird es schwierig. Und es geht um das wahre Interesse. Es geht nicht darum, was du nach außen zeigst. Klar kann das ein bisschen verschleiern, dass dein Interesse nicht höher ist als ihrs. Aber wenn es nicht wirklich so ist, dann merkt eine Frau das mit der Zeit. Also die Gefahr ist immer da, je näher man eine Frau an sich ranlässt, dass sie durchschaut, was man wirklich ist. Das heißt wichtig, hier auch wieder, Frame, also wirklich das Sein, was man sein will oder wer man sein will. Es bringt keinem was vor der Ex zu Schauspielern, dass man kein Interesse hätte, um wieder was bei ihr zu erreichen. Das ist ja der Witz. Deswegen funktioniert es ja nicht. Was Videos über Narzissen betrifft, da wird so viel drüber, da wird so viel drüber gemacht in aller Art und Weise, dass du so bekloppt wirst von dem Content, dass du jeden Zweiten für hältst. Also lass die Büchse zu. Ja, so sieht es aus. Aber das ist mal wieder typisch. Die Leute, die hören sich das an und fühlen sich darin verstanden und denken dann, dadurch selber weitergekommen zu sein. Dabei bringt es ihnen eigentlich absolut gar nichts. Bei der nächsten, bei der nächsten Narzisstin oder beim nächsten Narzissen greifen sie wieder in die gleiche Scheiße. Da ist dann nichts passiert. Ich empfand am Wochenende ultralange Spaziergänge, zwölf Kilometer aufwärts. Du bist ja verrückt. Du bist ja verrückt. Das ist ja schon Verspeintraining. Mit Musik und oder Podcast immer sehr hilfreich. Gedanken sortieren, in die Aktivität kommen und so weiter. Deswegen habe ich hier ein Laufband stehen. Ja, war damals. Ich glaube, damals war es wirklich so. Damals war das nicht verkehrt. Und viele berichten ja auch davon, wenn sie Spaziergänge machen, wenn sie einfach an der frischen Luft sind und sie draußen sind. Das hilft ihnen kurzfristig. Die Frage ist, wie kann man das Interesse steigern? Nur durch Frame. Alter, das haben wir doch vorhin schon mal gehabt. Interesse steigern? Du steigerst Interesse nicht. Interesse steigert sich. Also entweder sie ist interessiert oder sie ist nicht interessiert. Du kannst dich in die bestmögliche Position stellen, damit sich das Interesse steigern kann. Also beispielsweise, das sage ich glaube ich auch in jedem zweiten Livestream, eine Frau verliebt sich nicht in dem Moment, wo sie mit ihr zusammen ist. Sondern in dem Moment, wo ihr körperlich getrennt voneinander seid und sie dieses gute Gefühl wieder haben will. Indem sie innerlich in dich investiert, indem sie drüber nachdenkt, indem sie es schön findet, wie es war. Und in dem Moment, wo sie quasi schon aufs nächste Treffen sich innerlich vorbereitet und es will. Und dann baut sie wieder Bindung zu dir auf, also ruft bei dir an. Und in dem Moment kannst du dann das nächste Date vorschlagen. Und das ist so dieser Kreislauf, wie sich das steigern lässt mit der Zeit. Aber wie gesagt, das Interesse steigert sich als solches. Das steigert nicht du. Du bist entweder interessant, du bist entweder anziehend oder du bist es nicht. Und ja, Frame ist der entscheidende Faktor dessen, dass du bei dir bist innerlich. Dass du den Fokus auf dir hast. Dass du weißt, was du willst und wer du bist. Je mehr du weißt, je mehr du weißt, Entschuldigung. Je mehr du das weißt, je konkurrenter du darin bist und je mehr du es quasi dadurch ausstrahlst, dass du es wirklich bist und auch durchziehst, umso mehr merken Frauen das. Das sagte ich dir weiter oben schon. Yes, Melanie bekommt bald ihren eigenen Podcast bei mir. Wie kann man die Bedürftigkeit ablegen? Das ist auch wieder so ein Thema für eine Stunde oder so. Ich glaube, da gibt es den, warte mal, wie lange geht der Kurs loslassen. Stunde 10. Und dann ist eigentlich nochmal wichtig der Kurs stabiler Frame. Der dürfte auch nochmal so knapp 2 gehen. Also das ist nicht so einfach aufgeschlüsselt. Also diese Bedürftigkeit legst du ab. Grundsätzlich, wenn ich es dir in kurzen Worten erklären soll, indem du dir das geben kannst, was du im Moment gerade von außen bekommst. Also wenn Ego und Selbstwert nicht übereinstimmen, das wirst du niemals hinbekommen, aber wenn die nicht zu weit auseinander gehen, wenn du merkst, dass du die Kontrolle hast, wenn du weißt, was du willst, wenn du derjenige bist, der dir das geben kann, wenn du dich nicht auf eine Sache konzentrierst, wie beispielsweise, habe ich auch häufiger schon gehört hier, aber ich kann mir doch gar nicht das geben, was eine Frau mir geben kann. Was kann dir denn eine Frau geben? Glück. Und Glück kannst du dir nicht selber geben. Ja, aber dieses Glück. Ja, wenn du dich so darauf konzentrierst, natürlich kriegst du es dann nicht. Das ist wie, wenn ich sage, hey, ich will jetzt eine Million Euro im Jahr erreichen und ich fange dann an, nur Lotto zu spielen. Das kann nicht funktionieren, das wird niemals funktionieren. Deswegen immer offen bleiben für gewisse, also erstmal natürlich die Kontrolle selber übernehmen, Verantwortung übernehmen für alles, was im eigenen Leben passiert, ab einem gewissen Punkt und daraus die Lehren ziehen in dem Moment und besser werden und weiterkommen. Dadurch. Aber insgesamt ist es natürlich relativ oberflächlich, was ich gerade erzählt habe. Also man müsste sich jetzt anschauen, wo stehst du, was brauchst du, wer willst du sein, wer kannst du sein, wie sieht es in der Realität gerade bei dir aus? Das sind alles solche Fragen. Du kannst mit den fünf Säulen arbeiten, das könnte funktionieren, also für dich selber erstmal, aber insgesamt kann ich dir da nicht hundertprozentig sagen, was du genau tun musst. Dafür müsste ich dich kennen, dafür müssten wir mal ein bisschen gesprochen haben. Und dann müsstest du es noch, das ist immer das Geilste, dann müsstest du es natürlich erst noch tun. Und da hapert es dann bei sehr vielen auch dran, weil sie es einfach nicht tun können, weil sie noch nicht an dem Punkt sind, weil sie es entweder nicht genug wollen oder weil sie innerlich noch zu emotional sind und noch nicht weit genug sind, um es dann wirklich auch bringen zu können, um es langfristig durchziehen zu können. Dann machen sie es vielleicht mal so zwei Wochen und dann vergeht wieder eine halbe Woche in Emotionalität und auf einmal denken sie, ja nee, das hat ja, hm, weiß nicht. Dann hören sie meistens genau vor dem Punkt auf, wo es angefangen hätte, was zu bringen und das ist dann halt immer so schade. Nachdem sie dann das erste Mal Schluss gemacht hat, bin ich zu ihr und habe gesagt, dass ich an was langfristig mit ihr interessiert bin, wenn sie meinen Werten entspricht, da hast du den Fehler gemacht, du hast offen kommuniziert. Das ist auch wieder Frame-Sache. Du bist zu ihr hingegangen und hast ihr gesagt, ich will was langfristiges mit dir, wenn. Ja, aber sie war nicht so, also warum sagst du ihr, dass du was langfristiges mit ihr willst, wenn. Du willst sie ändern, damit sie in dein Konstrukt passt. Dabei müsste sie das von sich aus wollen, sie müsste das von sich aus sein. Lass doch keinen Menschen in deinem Leben, der nicht so ist, dem du erst erklären musst, wie er zu sein hat. Das ist doch totaler Schwachsinn. Du verbringst so viel Zeit damit, ihr zu erklären und mit ihr zu diskutieren, was richtig ist und was falsch in deinen Augen, dass du, ja, dass du selber deine Grenzen in der Zeit verschiebst oder ihr nicht damit kommunizierst, dass es einfach so ist. Du sagst ihr das, du erzählst ihr das, aber das wird, weißt du, das ist wieder das Narrativ der Frau in dem Moment. Du erklärst ihr das und selbst, wenn sie heute Ja sagt, weil sie es versteht, wirklich intrinsisch. Morgen hat die ein anderes Gefühl, dann darfst du wieder vollkommen bei Null anfangen. Es bringt nichts. Du brauchst einer Frau nicht zu erklären, wie sie zu sein hat. Entweder sie ist es oder sie ist es nicht. Und dann gibt es die Konsequenz. Und da auch wieder, erkläre ich auch jedes Mal, Konsequenz ist keine Strafe. Konsequenz heißt einfach nur auf A folgt B. A, sie ist so, wie sie ist. B, sie ist mit mir zusammen. A, sie ist nicht so, wie sie sein müsste, damit wir eine glückliche Beziehung führen können, dann ist sie halt nicht meine Freundin. Punkt. Kein Gespräch notwendig, keine Trennung notwendig. Ihr seid noch nicht mal zusammen. Das ist dein Frame. Für gewöhnlich. Sollte er das sein. Aber das ist er nicht. Das heißt, er ist noch nicht da. Scheiden lassen, wenn die Gegenseite sich sperrt, kann in Deutschland leider echt schwierig sein. Du kannst den Scheiß einreichen, du kannst dir einen Anwalt nehmen. Es geht immer erstmal darum, das Ganze auf den Weg zu bringen, wenn sich getrennt wurde. Es geht noch nicht darum, dass man jetzt innerhalb von zwei Wochen die Scheidung durchhaben muss. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du es, ja genau, hier, hak es ab. Okay, das war jetzt an einem anderen Gericht, aber das passt ja auch ganz gut. Hak es ab. Du musst gewisse Dinge, du schleppst die ja mit dir rum. Stell dir mal vor, du wartest drei, vier Monate, bis du dann endlich mal gerafft hast, hey, das wird so nichts mehr. Lieber gehst du selbstbestimmt hin und kümmerst dich um alles, also um die Scheidung, um das Organisatorische, den Austausch der Sachen, die Versicherungen, die zu klären sind. Eventuell, wenn es der Fall ist, wie man es mit den Kindern macht, schon mal so grob, dass du es weißt. Dann alles auf eine Liste, einmal mit ihr zusammensetzen, klären, fertig. Sie gar nicht zu Wort kommen lassen, was es angeht. Wenn sie zu irgendwas Nein sagt, ja, dann kriegt sie halt einen Brief vom Anwalt. Egal, vollkommen egal. Wichtig ist, dass du es aus dem Kopf hast, weil du kommst sonst nicht weiter. Und wenn sie dann sich sperrt dagegen und wenn sie diskutiert, dann zieht sie dir nur noch mehr Energie. Und das ist eine Lage, durch die du keinerlei Anziehung mehr irgendwo aufbauen kannst. Wenn die Frau, obwohl ihr nicht mehr zusammen seid, ihr dir so eine Energie zieht. Das ist extrem schwierig dann. Das heißt, du musst das loswerden. Wenn sich getrennt wurde, wurde sich getrennt. Punkt. Es müssen die Konsequenzen darauf folgen, und zwar so schnell wie nur möglich. Wie ich es liebe. Dein Klartext. Mega geil. Ja, ich meine, mit allem anderen könnt ihr nicht arbeiten. Alles andere bringt euch auch nichts. Das haben wir, glaube ich, auf dem Discord-Server auch beschrieben. Also wenn die Leute draufkommen, dann kriegen sie auch erstmal so einen Text. Hey, pass auf. Es kann wehtun, was dir hier erzählt wird, aber es ist nur die Wahrheit. Wir versuchen dir zu helfen. Wir wollen dich nicht fertig machen oder sonst was. Aber nur damit können wir und kannst du arbeiten. Dementsprechend, komm mit klar oder nicht. Wenn ich wieder in eine Beziehung komme und diese nach einer Weile gut läuft und irgendwann merke ich, durch das, was ich hier gelernt habe, dass sie die Grenzen verschieben möchte, ist es als Mann dann wichtig, diese Grenzen zu verteidigen und ein Beziehungsende in Kauf zu nehmen und dadurch auch nicht bereit bin, auf sie zuzugehen, sondern meinen Frame absolut verteidige? Oder ist dieses Kompromisse schließen dann auch wichtig und ich verliere dann meinen Frame? Teils, teils. Zum einen, Kompromisse sind nicht gleich Kompromisse. Ein Kompromiss in meinen Augen ist nichts wert, wenn er nicht Win-Win ist. Also beispielsweise, sie will ans Meer, du willst in die Berge. Ja, dann fliegt ihr nach Madeira, da habt ihr beides. Okay, der Strand ist nicht so schön, aber darauf will ich nicht raus. Ich will einfach darauf raus. Pass auf. Es macht keinen Sinn zu sagen, ja, wir machen jetzt einen Urlaub in den Bergen und dann gehen wir irgendwann ans Meer, weil es wird nur Frust aufbauen. Das heißt, ein Kompromiss ist nicht gleich ein Kompromiss. Kompromisse da draußen, wie sie gelebt werden, sind meistens ziemlich für den Arsch und das darf man überhaupt nicht eingehen. Eine Beziehung ist aber immer Arbeit. Das heißt, es geht jetzt auch teilweise, es ist jetzt wichtig zu wissen, ob diese Grenzen, die da verschoben werden, langfristig haltbar sind, ob es vielleicht auch einfach nur eine Steigerung ist, also ob du mehr in die Beziehung investierst insgesamt, was mit ihr natürlich korrelieren muss. Also, sie investiert mehr in die Beziehung, du investierst mehr in die Beziehung. So kann sich das steigern. Das Interesse muss quasi immer, hier, so funktioniert es normalerweise. Ungesund wird es dann, wenn du da stehen bleibst, sie investiert mehr da rein und merkt, hey, der kommt dir gar nicht hinterher, ich mache noch mehr, ich mache noch mehr, da passiert nichts. Das ist dann keine Beziehung. Aber, es gibt gewisse Dinge, die funktionieren und die funktionieren nicht. Das muss dir auch klar sein. Also, beispielsweise, du kannst nicht im Dating dich einmal in der Woche treffen und das Ganze, wenn man dann fünf Jahre zusammen ist, bei einmal die Woche belassen für gewöhnlich. Das kann Zeiten geben. Wichtig wäre da auch, dass Leichtigkeit drin ist, dass man beispielsweise variiert. Nicht, weil man das will, sondern weil man mal mehr Zeit hat, mal weniger Zeit hat. Wenn du beispielsweise dich einmal in der Woche, also einmal im Monat, ich weiß, was ich meine, einmal triffst du dich mal dreimal die Woche mit ihr. Nach ein paar Jahren. Dreimal die Woche. So, dann kann es passieren, dass du sie vielleicht einmal die Woche, dann in der Woche drauf nur siehst. Dann kann es auch sein, dass ihr euch mal eine komplette Woche im Urlaub seht. Mein Gott, also es sind dann solche Geschichten, da darf man sich eigentlich gar nicht so groß Gedanken drum machen. Die Frage ist immer, ist dieses Interesse, was man da reinhämmert, gerechtfertigt und wird es auch zurückgegeben, ohne irgendwie sich gegeneinander aufzuwiegen. Das ist auch wichtig, dass man nicht da sitzt mit einem Kassenbüchlein und sich denkt, okay, ich hatte hier einen Strich gemacht, jetzt mache ich einen Strich. Oder wie ein Kumpel von mir beispielsweise, kennt vielleicht auch jeder. Man geht irgendwie raus, feiern, keine Ahnung und man gibt mal eine Runde aus, dann gibt irgendjemand anderes eine Runde aus und am Ende vom Abend hat man einen Kumpel, der sagt, ja, ich kriege von dir aber noch 3,47 Euro. Mit dem hätte man dann keine Beziehung. Also, in der Gleichung. Weil die Leichtigkeit in dem Fall nicht da ist. Es geht sehr, sehr viel in Beziehungen um Leichtigkeit. Und natürlich, wie gesagt, also von deiner Seite aus, du hast auch die Burden of Performance und die schließt auch gewisse aktive Dinge mit ein. Beispielsweise, dass du Zeit in diese Beziehung investierst, dass du da bist, dass du emotional offen bist, dass du ihr die emotionale Sicherheit gibst. Nicht übertrieben, ja, also nicht von dir aus ständig hinterherwerfen, ohne dass sie es sich verdient hat oder sonst was. auch nicht denken, dass dieses, sie hat es sich verdient, was damit zu tun hat, dass sie was für dich tut. Also, von sich aus, damit du wieder was zurückgeben kannst. Sondern einfach dieses Leichte, weißt du, dieses Spielerische, dass das da ist. Und wenn wir jetzt hier von Grenzen reden, ne, ähm, es gibt festere Grenzen, also beispielsweise, keine Ahnung, ähm, sie, fährt jetzt gerade nichts ein, ja, keine Ahnung, also sie ist beispielsweise bei einem Ex-Freund von sich zu Hause lernen, ja, und du sagst, nee, das geht für mich nicht. Sobald sie es das erste Mal macht, ist es keine Grenzverschiebung mehr, das ist schon zu viel. Wäre ich raus, an deiner Stelle. Ähm, dann gibt es andere Dinge, die macht sie einmal, weil sie es vielleicht auch nicht weiß, was man verzeihen kann, was man ihr aber sagen kann, hey, so und so sieht es aus. Vielen Dank für deine Antwort. Wie kann ich Leichtigkeit geben und nehmen lernen im Dating und in einer Beziehung? Ähm, Dating ist es halt schwierig. Du brauchst dazu normaler, pass auf, ich breche es wieder runter, Frame. Eigentlich geht alles um Frame. Ähm, wie gesagt, du lernst dich da selber besser kennen und du wirst selber stabiler. Du weißt, wer du sein willst, wer du jetzt gerade bist und so weiter und so fort. Ähm, du lernst es teilweise tatsächlich erst in Beziehungen, weil du auch erst dann merkst, was eine Person emotional so nah an dich ranzulassen, mit dir macht in dem Moment, also nachdem du dich auch selber weiterentwickelt hast. Also es ist sehr schwer, dir darauf eine direkte Antwort zu geben. Eigentlich würde ich sagen, einfach machen, aber du musst auch so das richtige Maß zwischen dieser Persönlichkeitsentwicklung, also selber weiterkommen in allen fünf Säulen, vor allem auch im Innersten und dem Dating selbst finden, weil Dating kostet einen Arsch voll Zeit. Ab einem gewissen Punkt macht es Sinn, aber bis zu diesem Punkt, also wenn dieser Mangel überwunden ist, dann macht es Sinn. Wenn du mit dem Mangel ins Dating reingehst, dann wirst du auch in der Beziehung versagen. ist da draußen zuhauf der Fall. Also ich glaube, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Zahl sagen sollte, 70 Prozent der Beziehungen da draußen werden früher oder später scheitern. Genau an so einer Sache. So, was haben wir noch? Hast recht, Florian. Zwei Anwälte hatte ich eingeschaltet. Ja, ist extrem wichtig, dass du da auch Leute hast, die Ahnung von haben, wirklich. Also wenn mich jetzt beispielsweise jemand fragen würde, Gott, was wurde ich schon alles gefragt? So Testo zum Beispiel. Ich kann da keine Antwort geben. Ich bin da persönlich drin gewesen, also ich selber. Ich habe davon ein bisschen Ahnung, aber ich kann keine Tipps geben. Genauso ist es bei rechtlichen Sachen. Wir sind keine Anwälte, wir sind keine Ärzte, wir sind auch keine Therapeuten. Das heißt nicht, dass wir in gewissen Dingen nicht vielleicht sogar mehr Ahnung haben, aber trotzdem würde ich das niemals rausgeben und an jemand anderem testen als an mir. Also beispielsweise Thema Testo. Also wenn ich jetzt zu sieben oder acht Ärzten renne und sage, keine Ahnung, Testosteron niedrig und das Blutbild beweist und die Ärzte sagen, nee, fasse ich mir der Kneifzange nicht an. Ja gut, dann handele ich irgendwann für mich selber. Ich würde es niemandem empfehlen. Genauso ist es auch mit gewissen anderen Dingen, wie beispielsweise den Rechtssachen. Heißt aber natürlich auch, dass ich teilweise nicht unbedingt dran denke. Ich handele dann im Sinne von Ex zurück, wenn jemand Ex zurück will und nicht unbedingt im Sinne von, was ist jetzt rechtlich in Deutschland mit Kindern das Schlauste? Oh, Melanie muss los. Oh, naja. Wir sprechen uns ja sowieso am Dienstag irgendwie so um den Dreh rum. Mach ich. Du dir auch. Ciao. So, versuch es mit deinem Content und Stoizismus. Stoizismus ist auch extrem hilfreich, ja. Was haben wir denn noch? 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 Ich habe es beendet, weil sie nicht wusste, was sie will. So richtig so. Ich habe auch gesagt, ich will keinen Kontakt auf der Ebene. Sie snappt halt jetzt jeden Tag random, aber ich snappe nicht zurück. Wie soll ich das deuten? Schau dir mal mein Video Irre... Irre... Entschuldigung. Heute ist echt schlimm. Und kalter Kaffee. Schau dir mal mein Video Irrelevanter Mist, mit dem ihr euch in No Contact beschäftigt, an. Da kommt das drin vor. Was ich mich frage, als Mann, also du als Mann, wieso hast du Snapchat? Das ist ja noch unter dem Niveau von TikTok. Was soll das? Das verbraucht nur unnötig Zeit. Das... Da kann man sich auch dazu das Video zum Thema Social Media angucken. Das ist eine Katastrophe. Was war das? Egal. Ja, genau. Also Snapchat würde ich komplett löschen. Weil es unnützter Schwachsinn ist. Ansonsten, wie kannst du das interpretieren? Wieso sollst du das interpretieren? Die versucht irgendwie an Aufmerksamkeit zu kommen. Wie ein Scherz. Es ist noch nicht genug. Du musst dir immer denken, es ist... Entweder es ist genug, damit man damit arbeiten kann, oder es ist nicht genug. Und alles, was dich nicht direkt anspricht und danach ihr Interesse an dir zeigt. An dir. Nicht an deiner Meinung, nicht an deiner Aufmerksamkeit, nicht an deiner Bestätigung, sondern an dir. Alles, was darunter passiert, kannst du ignorieren. Das ist vollkommen egal. Snapchat gehört dazu. Snap ist nur gedacht, um Nuts zu empfangen oder zu senden. Empfangen, das verstehe ich als Mann ja noch. Okay, weiter. Mega, ich habe so viel gelernt von dir. Danke. Sehr gerne. Bedeutet Beziehungsarbeit auch weiterhin mit der Freundin daten und flirten oder ist in einer Beziehung die Mechanik mit Liebe eine andere? Nee, ist sie nicht. Es ist eigentlich... Pass auf, es ist unterschiedlich zwischen Mann und Frau. Frauen binden. Männer haben immer noch, wie gesagt, Burn of Performance, müssen auf sich achten, müssen den Fokus auf sich halten, damit sie dann passiv diese emotionale Sicherheit, die sie sich selber erarbeitet haben, an die Frau weitergeben können. Dating ist noch extrem wichtig da. Ist auch in der Beziehung extrem wichtig. Wenn man damit irgendwann aufhört, erstens verlernt man es, also man ist nicht mehr so drin und zweitens, man weiß es auch nicht mehr so zu schätzen, das Ganze. Und das ist auch ein relativ wichtiger Faktor in Beziehungen, dass man versucht, diese Wertschätzung so lange wie möglich zu halten. Eine Freundin weiß nicht, was sie will und ich sage ihr, sie soll sich erst wieder melden, wenn sie es weiß. Habe ich richtig gehandelt. Eine Freundin. Geht es jetzt um Anziehung? Geht es um Dating? Dann ja. Aber auf der anderen Seite melde dich erst wieder, wenn du weißt, was du willst. Ist relativ hart. Ist aber teilweise auch notwendig. Das kommt ganz darauf an, wie beschreibe ich es? Das kommt auch ganz auf deine Gangart an. Also wenn du jetzt beispielsweise, ja, wenn ihr noch nicht so weit wart, zum Beispiel, dann hätte man vielleicht gucken können, wie sich das Ganze entwickelt, aber selber quasi nicht mehr mehr rein investieren. Das wäre dann in dem Moment wichtig gewesen. Aber insgesamt hast du richtig gehandelt. Da geht es auch wieder um Effizienz. Da geht es darum, dass du dich selber nicht zu sehr da reinsteigerst, ohne dass du merkst, dass es weitergehen kann. Eine Frage noch. Glaubt ihr, dass sie sich nochmal meldet? Ist scheißegal. Wie gesagt, die hat den Respekt verloren. Dich Arschloch genannt. Ist auf deine Mutter gegangen, was das angeht. Ey, es ist doch scheißegal, ob sie sich entschuldigt. Ich würde es sowieso nicht mehr annehmen. Es ist mir egal in so einem Moment. Und das muss es dir auch werden. Also komm an den Punkt, wo das passiert. Das ist immer so geil, die Leute, weißt du, eine Stunde Coaching machst du mit denen und die, ja, ja, verstehe ich. Ja, hast recht. Ja, also damals habe ich mich ja voll zum Affen gemacht. Total, also ich verstehe mich ja selber nicht mehr. Und ja, jetzt muss ich wirklich mal an mir arbeiten. Jetzt muss ich echt was machen. Und auf einmal, so eine Minute davor, perfekt, klasse. Hast du noch Fragen? Ja. Glaubst du, die meldet sich nochmal? Das ist, ah! Ganz ehrlich, wichtig für dich. Du willst doch, dass sie sich meldet und du was draus machen kannst. Das wird nicht passieren. Mit dieser Frau kannst du das vergessen. Ich sage nur On-Off-Beziehung. Vergiss es. Die Triggermöglichkeiten sind so derbe gering. Also die Grenze, zu der diese Trigger passieren. Du musst nur einmal falsch gucken und die springt dir schon aufs Dach. Ja, habe ich. Was hat der? Was hat der? Was hat der? Okay, jetzt kann ich nicht mehr folgen. Kann eine Frau mit einem Typen in der Beziehung sein, ihn aber behandeln wie einen Beta? Kein Sex, keine Intimität und so weiter. Ja, aber die wird ja irgendwann jemand anderen vögeln. Also für die Sicherheit, klar. Aber irgendwann ist halt genug, weil die Gefühle einer Frau natürlich auch davon abhängig sind, dass man gewisse Werte hat und anziehend ist, anziehend auf sie wirkt. Der Trick ist einfach, der Bad Boy zu werden. Ja, würde ich aufpassen mit. Da schau dir mal das Video die Arschlochfalle an. Bad Boy, ja, positiv gesehen, positiv konnotiert, klar. Aber da gibt es auch viele Glaubenssätze, die einfach vollkommen für den Arsch sind und die man gleichzeitig mit übernimmt, die einem keinerlei Mehrwert bringen und nur dafür sorgen, dass man quasi jemand wird, der man eigentlich nicht sein will und der in Beziehungen die Frau auf eine Art und Weise behandelt, wie er es eigentlich nicht will, es dann aber macht, weil er merkt, dass es in der Realität funktioniert. Und es gibt da so eine Schnittstelle. Und wenn du genau da, hier in der Mitte bist, quasi so zwischen Bad Boy, ja, also und und ja, wenn du diese Schnittstelle irgendwo erreichst. das wäre so das Optimum, weil das ist quasi das, was noch funktioniert und trotzdem kannst du jemand sein, ähm, der auch, ähm, moralisch nicht verwerflich ist, sag ich mal. Und da gehören ein paar dumme Sprüche dazu, mein Gott. Also, wenn mal der Frau dann ab und zu mal einen Spruch um die Ohren klatscht, ist ja witzig. Solange es witzig ist und nicht irgendwie respektlos oder sonst irgendwas, ne? Wie handeln bei Trennung mit gemeinsamer Wohnungen, Möbel etc.? Man muss ja zwangsläufig immer wieder Kontakt haben, um alles zu regeln. Nein, das muss man einmal machen. Pass auf, du setzt dich jetzt hin, du überlegst alles, was noch geregelt werden muss und dann machst du einen Plan. Und mit diesem Plan, wenn der wirklich ausgereift ist, so zwei, drei Tage später, gehst du zu ihr und regelst alles auf einmal oder du machst einen Termin aus, zu dem ihr alles auf einmal regelt. Das muss nicht sein. Also, ich habe schon Leute gesehen, die haben, es geht auch immer darum, wie weit du gerade denken kannst. Also, sehr, sehr viele, die mir früher immer gesagt haben, ja, aber das geht doch nicht, keine Ahnung, beispielsweise eine neue Wohnung finden. Ja, ich wohne da und da und da, ist es ja gerade schwierig mit Wohnungen. Ey, ich habe schon Leute gesehen in Hamburg, die hat nach zwei Wochen eine Wohnung. Es ist eine Frage, wie sehr du es willst und wie sehr du dich anstrengst. Und zur Not gehst du halt Couchsurfen bei Kumpels oder sonst irgendwas. Es gibt immer eine Lösung. Man muss sie nur erst mal erkennen und sehen. Und in dem Fall ist die Lösung, mach dir einen Plan mit allem, was geregelt werden muss und dann regle es sofort und auf einmal. Und wenn dann noch irgendwas übrig ist, dann hast du es wenigstens nicht im Kopf rumschwirren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist immer, dass man es im Hinterkopf hat und sich immer wieder daran erinnert, ja, wir müssen es ja da noch sehen und da noch sehen, wir müssen da das noch machen. Das sind noch 15 Termine und das wird alles noch scheiße. Ich kann gar nicht loslassen. Das ist übel. Das heißt, mach so viel wie nur möglich jetzt sofort. Dann ist es zumindest mal aus dem Kopf. Wie viele Monate sollten vergehen, bevor es Sinn macht, auf Ex einzugehen, wenn sie sich meldet? Hat sich nach einem Monat gemeldet, ich war nicht bereit. Es kommt darauf an, wann du bereit bist. Es kommt nicht darauf an, wie viele Monate vergangen sind. Ich habe Leute gesehen, die waren nach anderthalb Jahren noch nicht bereit. Ich habe Leute gesehen, die hätten es nach zwei Wochen verwandelt. Es kommt auf dich an, es kommt auf sie an, es kommt auf die Situation an. Zeitlich ist sowieso immer schwierig, wenn man eine Antwort von mir will, weil das ist dann wieder dieses Individuelle irgendwo. Wenn ich verallgemeinern sollte, würde ich sagen, heute ist echt schlimm, sorry. Wenn ich verallgemeinern sollte, dann würde ich sagen, in unter einem Monat ist es teilweise schwierig, eine Beziehung wieder da hinzubekommen. Es sei denn, es war aus dem Affekt oder sonst irgendwas. Da kann es passieren, dass sie nach zwei Wochen wieder vor der Tür steht. Beziehungsweise auch, wenn noch nicht lange darauf hingearbeitet wurde und die Trennung dann ihr aus der Nase gezogen wurde, dann ist es normalerweise so, dass es auch nach zwei Wochen theoretisch wieder klappen könnte. Aber es kommt auch immer darauf an, was dann passiert ist, wie die Trennung abgelaufen ist, wie die letzte Zeit abgelaufen ist, wo ihr beide steht, warum das der Fall ist, dass Anziehung verloren gegangen ist. Also es sind, es sind sehr viele Verästelungen, die da noch mit reinkommen. Ex und ich können uns nicht treffen, andere Länder, sie weigert sich, den Rebound abzuschießen. Ja, was? Was? Mit der Begründung, die Sicherheit von mir zu wollen, wirklich erneut in eine Beziehung zu gehen. Die bumst einen anderen und du willst, dass sie ihn verlässt für dich? Was ist mit dir? Sie signalisiert mir, nur mit mir vögeln zu wollen und den Typen letztendlich nur auszunutzen, ohne Intimität zuzulassen. Die Frau ist Dreck. Die Frau ist Dreck. Und ihr lasst es mit euch machen, alle beide. Eigentlich müsstet ihr zwei euch auf ein Bier treffen. Ihr würdet euch super verstehen. Aber die Frau, die nutzt euch beide aus. Ja, so ist es. Was soll der Scheiß? Schießt die ab und fertig. Klar ist es nicht so einfach, emotional, das ist mir vollkommen klar. Aber das, das Konstrukt da gerade, das kannst du in der Pfeife rauchen. Da machst du dich nur selber mit platt. Und du stellst dich auch noch in die Position, ja, hier gerade. Ja, sie will den Rebound nicht abschießen. Und sie will Sicherheit von dir. Mit welcher Rechtfertigung hat sie Sicherheit von dir verdient? Was ist mit euch? Manchmal habe ich das Gefühl, meine Videos bringen rein gar nichts. Dann kommen wieder Leute auf mich zu und nutzen es. Und dann mache ich weiter. Aber manchmal, wenn ich merke, wenn ich merke, dass die Wertschätzung von ihr geringer wird, kann ich das durch Dating und Flirten in der Beziehung wieder aufbauen oder geht das anders? Gehe ich das anders an? Belohne sie nicht durch Fehlverhalten. Kommt drauf an. Das ist heute mein Lieblingssatz. Fehlende Wertschätzung. Es kann viele Gründe haben. Es kann auch mal sein, dass sie beispielsweise zu viel Druck hat oder sich selber viel Druck gemacht hat. Dann wird das, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, also es kommt sehr auf die Situation drauf an, aber beispielsweise zu viel Druck gemacht und deswegen nicht mehr der Fokus komplett auf dir. Dann ist es für gewöhnlich so, dass wenn man ihr zuhört, wenn sie sich von dir verstanden fühlt, braucht gar nicht offene Kommunikation zu sein, aber einfach mal hinsetzen und ihr zuhören zum Beispiel. Dann kann das dafür sorgen, dass diese Wertschätzung mit der Zeit wieder kommt. Es kann aber auch sein, dass diese Wertschätzung verloren geht, weil die Anziehung schon davor zu weit unten war und sie, keine Ahnung, mit einem Bein im Datingmarkt steht. Dann ist mehr Dating und Flirten in ihre Richtung schwierig. Dann ist es eigentlich eher so, ja, dann muss es eigentlich eine Konsequenz geben. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr individuell und ich kann hier keine allgemeingültigen Tipps dafür geben. Also ich müsste die Situation dafür ganz genau kennen. Also in so einem Fall, da sind wir, da sind wir wieder beim Frame. Du musst eigentlich intrinsisch spüren und erkennen, was das Richtige ist für dich. Nicht für sie. Du musst erkennen, ist es jetzt gerade für mich in Ordnung. Und wie kann ich damit umgehen? Also wie gehe ich in so einer Situation mit solchen Dingen um? Ich denke da auch nicht mehr drüber nach. Also wenn bei mir eine Frau irgendwas in so eine Richtung macht, auf einmal weniger Wertschätzung kommt, es ist teilweise auch auf eine andere Art und Weise schwierig. Ich arbeite beispielsweise den ganzen Tag. Wenn sie jetzt eine Woche, keine Ahnung, im Urlaub ist oder so, dann kommt von mir normalerweise nichts. Aber nicht, weil ich nicht an sie denke oder nicht, weil ich, keine Ahnung, mir denke, oh, jetzt kommt von ihr nichts im Urlaub. Jetzt schickt sie mir da und da keine Bilder. Jetzt meldet sie sich nur einmal am Tag. Da muss ich sie jetzt mit Aufmerksamkeitsentzug bestrafen. Nein, ich bin beschäftigt. Das sind auch wieder zwei Paar Schuhe. Das ist dieses Ding mit, du musst der Bad Boy sein. Ja, aber das ist halt nicht alles. Bad Boy kann 15-jähriger Klassenschläger sein. Bad Boy kann aber auch, keine Ahnung was sein. Das muss einfach erwachsen, verdammt. Einfach erwachsen. Einfach dein Ding machen. Das ist das Wichtige. Und wie gesagt, diesen stabilen Frame aufbauen. Zu sich selber finden, wissen, wer man ist, wer man sein will, wer man in Zukunft sein wird und immer danach handeln, Selbstwert aufbauen und so weiter. Also das ist alles miteinander verknüpft. Wenn du mir jetzt eine Frage stellst, wie soll ich mich in der und der Lage verhalten gegenüber meiner Freundin, dann würde ich erstmal wieder auf dich zurückverweisen, dass du mal rausfindest, wer du eigentlich sein willst oder wer du in so einer Situation bist. Weil entweder du handelst in so einer Situation attraktiv oder unattraktiv. Dazwischen gibt es nicht viel. Also neutral ist dann auch wieder irgendwo unattraktiv. Von daher, es gibt nur Attraktiven und es gibt nur Einsen und Nullen. Entweder du bist die Eins oder du bist die Null. Wie wichtig findest du den Bodycount einer Frau? Dazu gibt es, glaube ich, mehrere Videos, oder? Zumindest mal das Thema rote Flaggen, Promiskuität. Das kannst du dir mal reinziehen. Da ist, ich weiß nicht, wie viel der Punkt es ist, aber promiskuitive Frau. Da müsste so der fünfte, sechste, siebte sein um den Dreh rum. Ist auch wieder ein Wertschätzungsthema. Also wenn eine Frau 50 Leute schon hatte, ist es unwahrscheinlich, dass eine Beziehung mit ihr halten wird wegen der Wertschätzungsthematik. Alpha-Witwin-Thematik kommt noch mit dazu und so weiter und so fort. Also wenn man das Thema aufmachen wollte, das ist auch wieder sowas für, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde. Man muss die Lösung sehen. Sie hat eine Trennung hinter sich, aber es herrscht bisher eine gewisse Anziehung. Wer warst du nochmal? Ich habe jetzt, also zu dem Thema habe ich glaube ich heute hier. Eine Freundin weiß nicht, was sie will. Hat eine Trennung hinter sich, herrscht eine gewisse Anziehung. Dann ist erstmal so die Frage, bevor ich weiterlese, dann ist erstmal so die Frage, herrscht diese Anziehung nur, weil sie die Trennung hinter sich hatte. Weil wenn man in der Friendzone ist, also wenn man mit einer Frau lange befreundet ist, sagen wir mal so 5 Jahre. Man ist mit ihr befreundet, sie hat immer wieder wechselnde Partner oder einen Partner die ganze Zeit über. Auf einmal ist eine Trennung da. Dann ist eine Frau gewillt, weniger zu akzeptieren, weil sie nur auf die Dinge achtet, die sie in der Beziehung am Ende nicht mehr hatte. Und wenn du auf einmal da bist und quasi, also für sie da bist und da kann eine gewisse Anziehung entstehen, ja, gefühlt erstmal. Aber das ist keine Grundlage für eine Beziehung, weil sonst wärst du die ganze Zeit die Nummer 1 gewesen. Muss man auch dazu sagen. Nun ist sie auf Distanz und ich wollte keinen Kontakt mehr, weil ich schon zu abhängig von ihr war. Da habe ich ein Video. Warte mal. Das betrifft genau das Thema Friendzone. Hier, die Friendzone entsteht aus eurer falschen Erwartungshaltung. Da gehe ich auch am Ende so ein bisschen darauf ein, dass man nicht jede Frau aus seinem, oder generell jeden aus seinem Freundeskreis kicken muss, nur weil er einen nicht geil findet. Also da gibt es auch eine Lösung im Endeffekt quasi, erstmal mit sich selber klar zu kommen und zu gucken, was man wirklich will. Man kann auch an den Punkt kommen, dass man diese Person dann irgendwann nicht mehr attraktiv findet und diese Freundschaft auf eine gewisse Art und Weise fortsetzen kann. Aber auch dafür, wenn einer der beiden in der Konstellation Freundschaft Mann-Frau, wenn einer von euch beiden was vom anderen will, bringt nichts. Raus da. Abstand. Abstand kann nur dafür sorgen, dass beide sich, ja, darüber klar werden, was sie wollen. Hey Flo, hey Flo, ich möchte mich bei dir für alles bedanken. Dein Content ist Gold werden, hat mir mega geholfen. Ich date seit etwa einem halben Jahr eine tolle Frau, bei der ich mich null verbiegen muss. Danke. Perfekt. Das sind doch die Dinger, die mich dann wieder weitermachen lassen. Sehr gut. Schön. Ja, ich würde sagen, das machen wir noch kurz und dann bin ich auch mal wieder raus hier. Muss ja auch noch was arbeiten heute. Sie hat eine Trennung hinter sich, aber es herrscht bisher eine gewisse Anziehung. Nun ist sie auf Distanz. Ich wollte keinen Kontakt mehr. Das ist oben geschrieben. Ja. Nein, die herrschte schon vorher lange. Als sie in der Beziehung mit einem anderen war, herrschte Anziehung zwischen euch. Vor neun Monaten ließ ich sie abblitzen. Danach hatte sie einen Freund. Okay, die Info habe ich gebraucht. Ich meldete mich vor vier Wochen, dann machten sie Schluss. Wow. Scheiße. Ja, möglich, dass du den da ein bisschen dazwischen gefunkt hast. Das ist nicht gut. Das ist nicht nett. Aber ist natürlich auch ihr Problem. Sie ist eine erwachsene Frau. Denke ich, gehe ich mal von aus. Sie ist eine erwachsene Frau. Sie kann selber Entscheidungen treffen. Und ja, jetzt scheinen Zweifel da zu sein, dir gegenüber. Aber ist auf jeden Fall richtig, dass man dann gesagt hat, hey, pass auf, wenn du nicht weißt, was du willst, dann ist das so. Dann war es das jetzt erstmal. Dann ziehst du dich jetzt erstmal zurück. guckst, dass du dich auf dich selber konzentrierst, dass du wieder weiterkommst. Also dieses No-Contact-Ding, das hat nicht unbedingt was mit einer langjährigen Ex oder sonst was zu tun. Das ist einfach die normale Reaktion darauf, wenn jemand, ja, wenn jemand dich anziehungstechnisch nicht will, wenn jemand keine Beziehung mit dir will. Das ist der ganz normale Weg. Wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, das ist, das ist das, was man tut. Man geht ihm nicht auf den Sack und man konzentriert sich wieder auf sich selbst. Was hältst du von Coach Corey Wayne? Geil. Also dem sein Mindset, gut, das ist manchmal ein bisschen, ja, spirituell angehaucht, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber man kann sich extrem viel rausziehen, wenn man sich seine Einstellung in Bezug auf beispielsweise Dating und Frauen anschaut. Also das ist so eine der gesündesten Einstellungen, die du auf YouTube finden wirst, was das angeht. Der ist halt wirklich vollkommen auf sich fokussiert und wenn eine Frau da ist, ist eine Frau da und die kann man dann auch wertschätzen in dem Moment, auch in Richtung Beziehung, ja, also auch in Richtung Beziehung hat er ziemlich viele gute Ansichten. So, liebe Grüße aus Stuttgart, liebe Grüße aus Heidelberg. Wenn ich als Mann andere sexuelle Wünsche als sie habe und mich das wirklich nervt in einer Langzeitbeziehung, verlasse ich meinen Frame, wenn ich ihre Wünsche akzeptiere oder wäre das ein Trennungsgrund? Kommt drauf an, also wenn du jetzt irgendwo auf einen Konsens kommst, also wenn du jetzt wirklich was komplett Ausgefallenes hast, was vielleicht 10% der Frauen da draußen gut finden, dann wird es schwierig. Aber normalerweise, wenn es halt nicht das Extrem ist, sondern, ne, dann ist es eigentlich kein Trennungsgrund. Die Frage ist halt immer, bist du glücklich so oder bist du es nicht? Wenn du über eine längere Zeit festgestellt hast, okay, die macht das nicht mit, also die hat da keinen Spaß dran, so rum musst du es ja sehen. Die hat da keinen Spaß dran, die will das nicht, also das ist was, was sie quasi, wenn überhaupt, nur für dich machen würde, aber auch das wäre dann nicht spaßig. Was bringt's? Also, also die Frage, wie hoch ist der Stellenwert, diese Sache für dich? so, hi erstmal, ja, kommst leider ein bisschen spät, ich bin jetzt raus. Wie gesagt, noch was arbeiten heute. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und live wieder am ersten Sonntag, nächsten Monat, das wäre der fünfte, fünfte, genau. gestern noch das Video über blockieren auf Insta und was wir draußen machen geschaut. Danke, danke, sehr gerne. So, wo war noch mal, genau, macht's gut, euch auch.